Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch in dieser Woche wieder zu einer neuen Folge Ja, hier Filme begrüßen. In dieser Woche sprechen wir unter anderem über menschenverachtende Gewalt und über locker leichte Enthauptungen. Aber warum machen wir das eigentlich? Um Geld zu verdienen, um sich das Pep wieder kaufen zu können. Viel Spaß! Moin Moin und herzlich Willkommen bei einer neuen Episode Ja, hier Filme. Mit dabei sind mal wieder Hoffi. Moin. Jan. Moin. Und ich, Dietz. Und heute haben wir eine kleine quasi Spezialepisode zum Thema Fantasy Filmfest. Denn dort hat sich Hoffi die letzten Tage ein bisschen rumgeschlagen. Vielleicht haben es ein paar Leute von euch auch bei Letterboxd gesehen. Es sind viele Ratings gerade, viele Reviews von vielen Leuten gerade reingekommen, die dort vorhanden, äh, vor Ort waren, vorhanden waren, wollte ich sagen. Vor Ort waren und Hoffi ebenfalls auch. Und da hat er sich gedacht, da er da mal was von besprechen möchte, was er sich da jetzt anschauen wird, machen wir das doch. Das ist dann dadurch unsere Kategorie. Zum anderen haben wir uns gedacht, können wir auch mal direkt einen Film davon als Hauptfilm nehmen. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, heute Beyond the Infinite Two Minutes zu besprechen. Einen kleinen Film, der jetzt, wie gesagt, aktuell auf dem Fantasy Filmfest lief. Und den wir heute dann mal, ja, ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen, weil es ist so, es wird ein wenig als der, ja, ähm, er soll in die Fußstapfen von so Filmen wie One Cut of the Dead zum Beispiel halt treten. Da wollen wir doch nachher mal schauen, ob das auch wirklich stimmt. Sonst alles okay bei euch, Jungs? Ja, also ich meine, ja, also generell schon. Ich meine, nachdem ich so die letzten ein, zwei Wochen hier von euch gemobbt worden bin, fühle ich mich natürlich ein bisschen wie Jana aus Kassel, aber ansonsten geht's mir ganz gut. Was? Aber, aber du bist ja, du bist ja gerade nicht in einem Widerstand, also in einem Widerstand gegen uns, aber... Doch, gegen euch beide bin ich immer in einem Widerstand. Ja, das stimmt vielleicht. Das stimmt, ja. Aber siehst du dich jetzt als, als Revoluzzer? Hm? Immer eigentlich, ne? Ja, das so, ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Na gut. Ähm, aber sonst, du hast ja jetzt, du warst jetzt die letzten Tage auf dem Fantasy Film Fest, du hast dir da einiges angeschaut. Ja, gut, drei Filme, ne? Okay. So viel war es jetzt nicht, aber ja. Ja. Genau. Und das war auch wieder sehr, sehr schön, muss ich sagen. Weiß ich nicht, dachte ich, kann ich vielleicht später als Einleitung zur Kategorie halt noch was zu sagen. Ja, gerne, gerne. Auf jeden Fall. Genau. Und jetzt für den Anfang so, ich hatte mir noch überlegt, ich habe gesehen, dann im Nachgang der letzten Episode und so, habe ich mal bei Letterboxd geguckt, was denn unsere HörerInnen so von The Perks of Being a Wallflower so halten. Und die fanden ihn auch alle sehr gut. Und ich dachte, das war vielleicht, ja, gut, das kann man so oder so sehen. Aber ich dachte, vielleicht wäre es ganz nett, wenn ihr jetzt einfach nochmal fünf Minuten Zeit bekommt, um unseren HörerInnen dann auch nochmal ein paar andere nette Telenovelas zu empfehlen. Ey, Hobby ist heute richtig, also wirklich auf Krawall gebürstet direkt, ne? Ja, ja, klar, ich bin seit zwei Tagen wieder am Arbeiten und habe schon fünf Tassen Kaffee drinne. Ja. Auf jeden Fall, ich habe Bock auf Ärger, davon kannst du mal ausgehen. Sogenannter Wutsaft. Ja, eben. Ich habe auch schon beinahe irgendwie, nachdem ich dann halt auch den Teaser nochmal für letzte Folge dann gemacht habe, wo du auch nochmal erwähnst, dass das eine fucking Kriegserklärung war, was wir da eigentlich gemacht haben, habe ich noch so gedacht, oh fuck ey, jetzt bin ich, nachdem ich es ein paar Mal gehört habe und so dachte, ja, der meint das ernst, dachte ich so, jetzt, ich habe ein bisschen Angst vor den Konsequenzen. Jetzt merke ich sie gerade und ein bisschen. Ja, da müsst ihr jetzt mit leben. Das Ding ist halt, ich habe ja auch gesagt, dass das, also, dass ich noch nie so schlimme zwei Stunden hatte, ne? Das möchte ich ein bisschen relativieren. Das bezog sich darauf, auf die Hausaufgaben, die wir uns halt regelmäßig aufgeben, ne? Weil da hat er mich wirklich noch nie mit Absicht so abgefuckt wie vor zwei Wochen. Ne, das stimmt. Aber wir haben ja eigentlich auch nicht versucht, dich mit Absicht abzufucken, sondern... Doch, habt ihr. Ihr habt gelacht und habt gesagt, du wirst ihn hassen. Das ist der Wortlaut. Das können auch alle nachhören. Hört euch auf, da rauszureden. Was? Nein. Doch. Kann doch gar nicht sein. Doch, doch. Regie schaltet das Störsignal. Ja, wahrscheinlich. Die Verbindung ist ganz schlecht. Genau, ja. Ich war gerade im Tunnel-Hoffi, sorry, ich habe dich nicht gehört. Ist vielleicht auch besser so. Ja, aber dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit unserer heutigen Episode und mit Beyond the Infinite Two Minutes. Einem Film, wie gesagt, jetzt gerade beim Fantasy-Film festgelaufen. Der ist 2020, glaube ich, so offiziell released worden. Regie geführt hat Yuntai Yamaguchi. Geschrieben ist der Film von Makoto Ueda. Und in den Hauptrollen sehen wir Kasunari Tosa, Riko Fujinati und Gota Ishida. In dem Film geht es darum, dass der Kaffeebesitzer Kato sich nach seinem Feierabend in seine Wohnung, die direkt über dem Kaffee liegt, zurückziehen möchte und dort dann nicht schlecht staunt. Denn plötzlich geht der Monitor seines Computers an und er sieht sein eigenes Selbst, welches ihm erzählt, dass es sich zwei Minuten in der Zukunft befindet und der Grund dafür eine zeitliche Verschiebung zwischen dem Monitor in seinem Zimmer und dem Fernseher im Café sein soll. So, er geht natürlich direkt auch auf Anweisung seines eigenen Ichs dann halt nach unten, um das zu überprüfen, stellt fest, okay, das scheint wirklich irgendwie zu stimmen. Er kann damit zwei Minuten in die Zukunft und zwei Minuten in die Vergangenheit sehen und kurz darauf erfahren dann halt auch seine Freunde davon, dass sie diese zwei Minuten in die Zukunft sehen können und beginnen so ein bisschen darüber nachzudenken, wie sie das erweitern können, um sich da einen Vorteil daraus verschaffen zu können. Und dann kommt die Idee auf, die beiden Monitore doch einfach mal voreinander zu stellen. Das scheint auch erstmal zu klappen, mit der Zeit aber dann doch Probleme mit dem Raumzeitcontinuum mit sich zu bringen. Ja, und wie wir schon gesagt haben, also das klingt erstmal nach einer sehr kreativen Idee und auch so von der Umsetzung her, dadurch, dass es in einem einzelnen Take gedreht worden ist, wird es ja gerade so ein bisschen als so eine Art, ja, Nachfolger oder es tritt so in die Fußstapfen von so Filmen wie One Cut of the Dead. Jan, findest du denn, dass es dem gerecht wird? Absolut. Gut, ich sehe den Vergleich total mit One Cut of the Dead, weil es eben ein Nischenfilm ist, den niemand auf der Uhr hatte, der kreativ ist, in dem du jede Sekunde Leidenschaft spürst, in dem du genau verstehst, was die damit erreichen wollten. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger. Also die haben mit minimalsten Mitteln das erreicht, was sie wollten. Und das hat funktioniert. Ich hatte genauso wie bei One Cut of the Dead ab einem gewissen Punkt, was der Film ja intendiert, hier aber von Anfang an, als ich die Prämisse verstanden hatte, ein Lächeln im Gesicht, habe die ganze Zeit gedacht, ach wie cool, wie schön ist das. Wie schön ist es, dass so ein kleiner Film es schafft, so komplex und so clever zu sein, ohne jetzt groß auf die Pauke zu hauen. Ich habe direkt von Anfang an gemerkt, dass alle, die mitmachen, total Bock auf das, die Sache haben. Also die Leute, die vor der Kamera stehen, sind absolut dilettantisch, aber versprühen so eine Energie und so ein Charisma, dass ich auch mit denen die ganze Zeit Spaß hatte. Also ich hatte großen, großen Spaß von Anfang bis Ende nach 70 Minuten. Ja, Horst du, wie sieht es bei dir so aus? Ja, da würde ich mich anschließen. Hinzu kommt allerdings, dass ich nach 20 Minuten schon so einen krassen Knoten im Hirn hatte, dass ich mich eigentlich viel mehr über mich selbst und meine eigene Dummheit beömmelt habe, ehrlich gesagt. Ich meine, der Film gibt ja immer mal wieder so kurze Einschübe, wo, naja, halt nochmal so ein paar Sachen erklärt werden einfach, damit du nicht komplett auf der Strecke bleibst und irgendwie wenigstens ungefähr verstehen kannst, was da gerade vor sich geht und so. Aber ich konnte das halt irgendwie trotzdem nicht hundertprozentig greifen und habe das dementsprechend auch nicht so hundertprozentig verstanden, was da genau passiert und dementsprechend hatte ich miese Tenet-Flashbacks. Aber, weiß ich nicht, ich hatte damit trotzdem einfach eine supergute Zeit. Also, wie gesagt, der wird halt mit One Cut of the Dead ja eben verglichen und ich finde auch, das kommt hin, auf jeden Fall. Ich hatte auch ein Dauergrinsen im Gesicht, auf jeden Fall. Und ich war vor allen Dingen die ganze Zeit mega beeindruckt mit wie wenig Mitteln, die das überhaupt gemacht haben. Also, einfach, dass das so von der Kreativität lebt, von der Vorbereitung und so weiter und so fort. Das fand ich echt ganz cool, weil es halt dann auch unterm Strich irgendwie, naja, so ein bisschen weird ist. Und ich bin auch bis heute nicht drauf gekommen. Ich habe mir auch so ein paar technische Sachen, da habe ich mich auch gefragt. Also, wie haben die das zum Beispiel hingekriegt? Haben die irgendwie einen Zwei-Minuten-Delay? Also, haben die das gestreamt und Zwei-Minuten-Delay in die Schaltung gehauen? Oder haben die das vorher aufgezeichnet und dann halt zu einem gewissen Punkt abgespielt und so weiter und so fort? Ich bin da nicht so richtig hintergekommen. Und ich habe auch nicht hundertprozentig durchblicken können, ob es jetzt wirklich, weil es ja auch nicht mehr recherchiert habe, ob es jetzt wirklich ein One-Shot ist oder ob die halt getrickst haben. Also, ob da dann doch Schnitte drin sind, so, konnte ich nicht so ganz durchblicken. Aber ja, ich fand das super spannend und unterhaltsam, so. 65 Minuten Fun-O-Fun, danach noch die Outtakes, beziehungsweise diese ganzen Planungsdinger da irgendwie im Abspann. Fand ich auch richtig geil, wenn du da halt siehst, als sie würden Berge an Notizen hatten, sodass sie da selber irgendwie durchsteigen und so. Das war schon irgendwie gefühlt so dieses Charlie-Day-Meme, wo er vor diesem Whiteboard steht mit den ganzen Sachen da und dann so da drauf zeigt und so, du siehst so richtig, es ist so Wahnsinn, also, das ist das Ding so. Und ich hatte auch so das Gefühl, irgendjemand muss da so gestanden haben und das den Leuten gepitcht haben und gesagt haben, pass auf, hier, das ist dann und dann ist das und das ist dann und dann. Und das macht alles Sinn. Ich habe es genau aufgezeichnet. Hier, guck meine Notizen an. Ja, wahrscheinlich. Also, ein bisschen wirkt es halt so. Und ich muss sagen, also, wir haben denn ja jetzt alle drei online gesehen. Ja. Im Zuge der Rewatch-Möglichkeit des Nippon-Connection-Filmfestivals. Genau. Da schöne Grüße und lieben Dank an Adrian, der mich da überhaupt drauf aufmerksam gemacht hat, sodass ich euch das weitertragen konnte und so. Und ich muss sagen, ich ärgere mich richtig hart, dass ich den jetzt im Kino auf dem Fantasy-Filmfest leider nicht gesehen habe. Weil ich glaube, wenn du den Film in einem vollen Kinosaal siehst, mit Leuten, die da richtig Bock drauf haben, und die Film-Nerds sind, die verstehen, was da gemacht wird, die die Leidenschaft dahinter erkennen und so. Ich glaube, du hast nur noch eine geile Zeit. Also, die hast du ja alleine schon, aber ich glaube, in einem vollen Kinosaal hätte ich mich da bepisst vor Lachen teilweise. Und ich muss sagen, ich bin tierisch gespannt, was da noch so in nächster Zeit von dem Regisseur kommt. Ich habe Bock da drauf. Ja. Und Judiz? Ja, also, ich würde mich euch da auf jeden Fall auch anschließen. Also, der Film strotzt für mich auf jeden Fall an Kreativität. Das ist, ich war innerhalb der ersten paar Minuten schon direkt so mega geflasht davon, wie das alles irgendwie funktioniert. Und auch, was du sagst, ist so ein bisschen zu verstehen, wie sie das halt so hingekriegt haben, auch vor allem technisch dann halt irgendwie. Ja. Ich glaube schon, dass die getrickst haben. Weil ich fand, es gab so ein paar Sachen, wo man mit der Kamera so das Gefühl hatte, so, okay, hier hätten sie jetzt einen Cut setzen können. Und dass die Kamera mal irgendwie... Haben sie. Ja, auf jeden Fall mal sehr nah an irgendwelchen Wänden lang ist. Oder sowas. So die typischen Momente, wo dann halt auch geschnitten wird. Aber wenn du dann in den Outtakes danach dann halt siehst, also, wie dieser Typ mit dem iPhone an so einem Gimbal da halt einfach durch den Raum hüpft, um das von allen möglichen Seiten dann halt irgendwie aufzunehmen, dachte ich mir so, ey, wie geil. Und dann klettert über den Tisch da rüber, um dann da halt noch irgendwie hinzukommen. Ich fand's mega cool. Und ich muss auch sagen, also klar, diese zwei Minuten, die dann da halt uns gezeigt werden, ich fand, es ist gut gelöst, wie sie das halt angehen. Dass du am Anfang erstmal nur diese zwei Minuten Zukunft, zwei Minuten Vergangenheit hast. Und das Ganze dann sich weiter entfaltet. Und du dann halt mehr Ebenen dazu bekommst. Und eigentlich dadurch auch noch einigermaßen verstehen kannst, wie es gerade, was, wo und wie passiert. Und auch im Hintergrund schon teilweise siehst. Ja, einigermaßen, ja. Im Hintergrund in den Fernsehern dann auch teilweise schon siehst. Aber okay, da hinten passiert gleich was. Also warten wir mal noch fünf, sechs Minuten ab. Dann werden wir wahrscheinlich sehen, wie es dann halt auch dazu noch irgendwie kommt. Ohne dass es halt aber trotzdem schon vorher zu viel verrät. Also ich meine, das ist natürlich ein Kniff, den sie sich da halt irgendwie, ja, schon irgendwie ganz gut mitgearbeitet haben. Dass sie den Fernseher natürlich nicht dann zeigen oder laut haben im Fokus, wenn man dann irgendwie schon was mitbekommen könnte sonst. Aber ich fand es super, super cool. Also der hat so viel Spaß gemacht, wirklich. Ich habe hier auch die ganze Zeit mit dem Grinsen halt irgendwie gesessen und dachte mir danach so, ey, wie geil, was man wirklich mit einer coolen, kreativen Idee und einem trotzdem niedrigen Budget irgendwie schaffen kann. Und auch wenn die Leute, die da jetzt mitspielen, mir teilweise ein bisschen zu involviert waren, hatte ich so das Gefühl. Also es hat schon so ein bisschen, ich habe irgendwo was von Theatergruppe so irgendwie gelesen in irgendeinem Review und dachte mir so, ja, so fühlt es sich tatsächlich auch an. Das sind vielleicht Leute, die tatsächlich eher in einem Theater oder so spielen, weil es ist schon teilweise sehr extrovertiertes Schauspiel. Und gut, das heißt im asiatischen Raum, finde ich eh noch ein bisschen häufiger als in den westlichen Filmen. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, aber hier ist es auf jeden Fall schon recht stark. Aber ich fand, das hat trotzdem nicht irgendwie so gestört, weil es mehr um diese ganze Grundidee halt in mir ging und wie sich das dann ja so aufgesponnen hat. Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, dass der Film nicht unbedingt 70 Minuten hätte lang sein müssen. Trotzdem. Also der hätte auch als Kurzfilm funktioniert. Von 20 bis 30 Minuten. Weil... Ja, das glaube ich nicht. Ich muss mit ein bisschen anderen Ideen, also mit ein bisschen anderen Herangehensweisen, weil ich fand zum Beispiel, dass diese eine Plotline jetzt nicht unbedingt super wichtig und relevant da reingepasst hat. Welche was zum Schluss passiert, meinst du? Das mit dem Geld und die Konsequenzen davon. Doch, finde ich schon. Ja, um das Ganze nochmal kreativ zu zeigen. Nicht nur das. Okay. Nicht nur das, sondern um Themen wie Vorherbestimmung, Determinismus da mit reinzubringen. Ja, gut, aber die haben sie ja auch so auf der anderen Seite schon angesprochen. Oder schon mit reingebracht. Ja, es ist halt die Frage, welchen Punkt der Film am Ende machen will. Dazu im Spoiler-Part. Da habe ich ein paar Gedanken zu gemacht. Aber ich würde schon sagen, dass das schon wichtig ist, um halt so ein paar kleine philosophische Dinge dann noch mit unterzubringen, die dann natürlich nicht bis ins Detail irgendwie aufgedröselt und behandelt werden. Und es wird auch nicht so ganz klar, welchen Standpunkt der Film jetzt irgendwie da vertreten möchte, wenn er überhaupt einen vertreten möchte. Aber ich habe mich da teilweise an mein Philosophiestudium erinnert gefühlt. Okay. Ja, gut. Also wie gesagt, ich fand jetzt auch nicht, dass der Film zu lang ist. Eigentlich hat er eine perfekte Länge für das Thema, was er macht. Ich hatte halt nur bei dieser einen Situation so ein bisschen oder bei dieser einen Storyline so ein bisschen das Gefühl, dass es so, ja, wir bringen das noch ein bisschen mit rein, um dem Ganzen noch ein bisschen Action zu verpassen. Ja, gut. Ja, ist Schluss. Noch einen Höhepunkt zu haben. Wichtig ist, dass er dadurch halt noch jemanden kennenlernt, den er sonst halt nicht kennengelernt hätte. Das auch. Genau. Klar. Das wird noch relevant. Aber was ich noch sagen wollte zu der schauspielerischen Leistung, also das stimmt schon, ich habe es ja auch gesagt, dass es ein bisschen overacted wirkt, aber was das Ganze zusammenhält, ist wirklich Hauptdarsteller Kazunari Tosa, also der hier Kato spielt, den Chef von dem Café. Und dem nichts macht, ja. Der aber, ja, doch schon, also der halt erstmal natürlich das etabliert und die erste Figur ist mit der, die wir sozusagen begleiten, aber dann immer mit uns so ein bisschen den Draufblick hat und auch so ein bisschen genervt ist von der ganzen Sache und auch ein bisschen über den Dingen steht, wenn du so möchtest, der dann immer nur noch Moderator wird oder so. Das fand ich, der war schon, erstens war es genial geschauspielt, ich musste wirklich, der hat eine Mimik gehabt, ich habe mich weggeschmissen mit seinen dezenten Augenrollen und so, ich fand es super. Die ganze Zeit wirklich angepisst am Aussehen einfach. Genau. Und dann merkst du so richtig, wie er dann einfach keinen Bock mehr auf die Scheiß hat, weil du merkst, da kommt nur Dreck raus. Du merkst halt auch wirklich, wie er dann so auch im Hintergrund so anteilnahmslos da teilweise einfach nur rübersteht und einfach nur wartet, was die sich da jetzt wieder für einen Scheiß überlegen und wirklich gar keinen Bock auf diesen ganzen Müll mehr hat. Das ist echt lustig. Ja, der hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben es jetzt schon angedeutet, aber wenn ihr ihn guckt, wartet wirklich auf den Abspann und schaut euch noch ein bisschen an, wie das Ganze so zusammengehalten wurde, wie das, oder auch wie das gemacht wurde. Wir haben es jetzt angesprochen, es wurde mit dem iPhone gefilmt. Also es ist schon echt krass. Also klar siehst du, das ist irgendwie technisch nicht hochwertig, aber wenn du dann siehst, die machen das mit dem iPhone, denkst du, hä, waren das die Probeaufnahmen? Also da merkt man schon, wie weit die Technik mittlerweile ist. Das ist echt krass. Ja, sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Ja. Also ich war auch sehr überrascht und begeistert jetzt dann doch auf jeden Fall von dem Film. Bin sehr glücklich darüber, dass wir den Tipp noch bekommen haben. Voll. Dass wir den jetzt dann halt schon gesehen haben, irgendwie. Und vor allem jetzt die Möglichkeit hatten, den auch gerade noch gucken zu können, im Rahmen dieser Nippon Connection da. Also wirklich da nochmal ein ganz großes Danke für den Hinweis. ist, also das ist echt ein kleines Juwel, was denke ich auch so, wie halt One Cut of the Dead auf jeden Fall in der Film-Bubble doch auch noch ein bisschen Wellen schlagen wird. Doch, ich glaube auch, wenn der ein Blu-Ray und Streaming-Release und so kriegt, ich glaube auch, das kann echt so ein kleiner, in Anführungsstrichen, Geheimtipp werden. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, auch euch den noch anzugucken, nochmal, bis zum 30.11. diesen Jahres, könnt ihr den noch bei, auf der Website von Nippon Connection für ein Fünferlein und euch dann halt eben angucken. Ja. Und also ich würde sagen, das lohnt sich so. Auch diese 5 Euro so, die dann halt nochmal so ans Festival gehen und so, finde ich, ist ein völlig, völlig legitimer Preis. Ja, total. Ja. Macht es. Genau, so viel dazu. Ich würde sagen, den Rest sollten wir vielleicht im Spoiler-Talk machen. Genau. Wo wir allen Leuten den Spaß daran nehmen, oder? Ja. Hoff ich möchte sich wieder in die Moderation einschleichen. Nein, ich meine nur, also wenn ihr noch was habt, dann haut gerne raus. Nee, also ich hätte jetzt auch gesagt, so weit jetzt erstmal zu Between, Between. The Buried and Me. Ja. Beyond the Infinite Two Minutes. Erstmal so viel dazu. Wie gesagt, schaut euch den gerne an und wir sprechen nachher im Spoiler-Talk nochmal ein bisschen darüber. Jetzt kommen wir dann erstmal zu den anderen Filmen vom Fantasy Film Fest. Nicht nur von diesem Jahr, sondern auch von den letzten Jahren, weil Hoffi hat gedacht, können wir da doch mal ein bisschen was besprechen. Ja, genau. Weil ihr mehr, ja auch, also es ist, ich muss sagen, zum Fantasy Film Fest, ne? Ja. Ich habe das schon länger auf der Uhr gehabt, immer. Aber aktiver Besucher bin ich jetzt auch erst seit drei Jahren, leider so, eben seitdem ich in Hamburg wohne und eben die Möglichkeit habe, ohne elendig lange Auto oder Zugfahrten da überhaupt, naja, in den Genuss kommen zu können. Das wäre nämlich bei mir das Problem. Ich hatte den Film, den du jetzt vorstellst gleich, den hätte ich nämlich auch gerne gesehen, mindestens den, aber dafür extra bis nach Köln oder Hamburg zu fahren, es ist nichts hier in der Nähe. Ich wohne genau dazwischen einfach. Ja, ich weiß, das ist auch wirklich, also das tut mir auch echt massiv leid, so, weil es halt dann, also klar, Du hast immer, also ich meine, da werden gute und schlechte Filme gezeichnet, das ist nicht alles Gold, aber es ist halt immer in irgendeiner Form gefühlt was Besonderes, also ich habe da noch keinen Film gesehen, der mir irgendwie komplett egal war oder so und es ist halt wirklich auch immer einfach eine scheißtolle Atmosphäre, weil da nur Leute sind, die haben Bock auf den Shit, weißt du, und das Kino ist halt auch bei egal welchem Film da nahezu ausverkauft, also von daher, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr da irgendwie Bock habt und habt bitte keine Angst vor dem Namen, das ist nicht nur Fantasy-Kram, haben es ja da gezeigt wird, so da laufen nicht nur Zwerge und Hobbits durch die Gegend, sondern es ist dann sehr viel breiter aufgestellt, viel Horror, viel, also fantastisches Kino einfach, Genre-Kino, so ist einfach geiler Shit. Aber der, der, also ich habe so das Gefühl, dass ein Großteil ja tatsächlich schon so eigentlich im Horror-Genre angesiedelt ist, oder? Viel, aber nicht alles, da würde ich dann jetzt gleich zu kommen. Weiß ich gar nicht, ob das so viel ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das liegt am Markt, ich meine, was kommt denn gerade an Fantasy, was kommt denn an Genre-Kino, das nicht Horrorfilm ist gerade aus? Ja, das stimmt. Eben, also von daher, wie gesagt, ich würde einmal kurz einen kurzen Abriss darüber machen, welche Filme ich da jetzt gesehen habe und warum ich jetzt den mitgebracht habe, den ich jetzt mitgebracht habe. Denn, ich habe insgesamt drei Filme gesehen. Zum einen habe ich Pick gesehen, mit Nicolas Cage, der neue. Dann habe ich Raging Fire gesehen, das ist der letzte Film von Benny Chan, den wir kennen als Regisseur von New Police Story zum Beispiel. Also, Hongkong-Action-Kino, ne? Und der ist jetzt leider letztes Jahr verstorben und das ist eben sein letzter Film, der rausgekommen ist, mit Donnie Yen in der Hauptrolle. Und dann habe ich noch The Sadness gesehen. Kurz zu den Filmen, die ich nicht mitgebracht habe. The Pick absolut gar nicht, gar nicht das, was ich erwartet habe und genau deshalb hat mir das so gut gefallen. Ich wollte euch dieses Erlebnis nicht wegnehmen. Es ist wirklich einfach besser, ihr wisst da gar nichts drüber und guckt den einfach. Mir hat der sehr gut gefallen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, aber es ist wirklich gar nicht das, was ich erwartet hatte und ich will euch die Überraschung nicht wegnehmen. Raging Fire ist, da musste ich ein bisschen an dich denken, Dietz, als ich den gesehen habe, weil du ja letztens irgendwann nochmal, als wir so über, The Killer und so hier gesprochen hatten, da sagtest du ja noch so, ey, solche Filme werden einfach nicht mehr gemacht. Surprise, die werden offenbar doch gemacht, aber wir kriegen das nicht mit, weil Raging Fire ist ziemlich genau ein solcher Film, der in seinen besten Momenten an The Killer erinnert, also eine Hommage daran ist auf jeden Fall und an Heat zum Beispiel, leider halt nie da rankommt, so insgesamt, aber ich muss auch sagen, also der hatte einige der besten Action-Szenen und Sequenzen, die ich dieses Jahr gesehen habe, da mit drin, aber der gibt insgesamt als Film einfach nicht, nicht so viel her, als dass ich den jetzt hier hätte mitbringen können, aber für Fans von Action-Kino kann man sich den gerne auch angucken. Ja, und dann war da noch ein kleiner, aber feiner Film, der jetzt gerade große Wellen schlägt und der nennt sich The Sadness und den habe ich jetzt mitgebracht. Das ist ein Film von Robert, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Jabez, Jabez, keine Ahnung, ist ein Kanadier, der Film ist allerdings eine taiwanesische Produktion, Robert Jabez, nenne ich ihn jetzt einfach mal, den kannte ich tatsächlich vorher schon, das wusste ich nur gar nicht, der hat nämlich einen richtig geilen Kurzfilm gemacht, der sich Clearwater nennt, das ist so ein Body-Horror, der so ein bisschen an die Fliege erinnert, so von der Thematik her, fand ich ganz cool, kann man sich gerade das bei YouTube angucken, wie gesagt, Clearwater heißt er, genau, und The Sadness ist jetzt aus diesem Jahr eben, der hat im Januar, glaube ich, seine Premiere gefeiert und Cast, sorry, ich brauche das wirklich gar nicht versuchen, also es ist kein Discredit oder so, aber ich wirklich, wenn ich die Namen jetzt versuche auszusprechen, und dann ziehe ich die SchauspielerInnen, die hier mitspielen, einfach nur in den Dreck, das ist, ich spars mir einfach so, es spielen Leute mit, immerhin, so, die Handlung, wir befinden uns in Taiwan, während einer schon länger andauernden Pandemie und jetzt ist es so, wie im Grunde das jetzt aktuell auch ist, also die Ärzte warnen vor möglichen Virusmutationen und geben bekannt, dass, die Toten Hosen widersprechen. Ja, genau, einige andere auch. Ja, und so ist das halt eben auch hier. Das Problem daran ist, warum die jetzt so explizit davor warnen, ist, dass die feststellen, dass die Proteinstränge dieses Virus Ähnlichkeiten zur Tollwut aufweisen. Und jetzt ist es halt so, dass ein Großteil der Menschheit, denen eben nicht zuhört, sich den Regeln widersetzt, die Gefahr ignoriert. Kommt mir überhaupt nicht bekannt vor, die Story. Ja, wie gesagt, da komme ich jetzt gleich zu. Und ja, dann kommt es, wie es kommen muss. Also jetzt begleiten wir quasi ein junges Paar und dieses junge Paar muss jetzt, weil die getrennt werden, irgendwie wieder zueinander finden und gleichzeitig erfahren, wie grausam die Menschheit denn nun wirklich ist. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, denn alle wollen jetzt wissen, die diesen Trailer gesehen haben, wie brutal ist er denn jetzt eigentlich wirklich. So, ich habe jetzt lange drüber nachgedacht, ob und wie ich den hier besprechen kann, da der gerade zum zweiten Mal durch die FSK-Prüfung gerasselt ist und der Verleih und der Verleih jetzt gerade zum dritten Mal in, also das anfechtet. Okay, krass. Jetzt ist es hier zum ersten Mal so, dass obwohl ich ja kein Fan davon bin, wenn, weiß ich nicht, volljährigen Personen der Zugang zu egal welchen Filmen erschwert oder sogar komplett untersagt wird. Ja. Aber hier kann ich es verstehen. So, es ist tatsächlich so, dass ich hier wirklich nicht glaube, dass er in Deutschland rauskommen wird. Ich denke, das wird bei der Spio-Version bleiben, maximal. Und wie gesagt, ich kann es bis zu einem gewissen Grad verstehen. So. Aha. Warum kann ich das verstehen? Weil der Titel The Sadness erst so richtig Sinn ergibt, wenn man versteht oder eine weitere Ebene sieht in diesem Film, die über diese gezeigte Härte und Brutalität hinausgehen. Also wenn du so ein bisschen hinter die Fassade blickst. Und ich glaube halt einfach nicht, dass das allen Menschen gelingt. Weil ich glaube, wenn ich den Film mit 18 gesehen hätte, das hätte ich nicht verstanden so. Und ich glaube auch, ein Großteil der Leute versteht es nicht. Weil wenn du dir jetzt gerade die Berichterstattung anguckst, dann steht halt überall genau das. Der brutalste Zombie-Film aller Zeiten. Äh, bla. Grenzen verschieben. Brutal. Und hast du nicht gesehen. Also da möchte ich erstmal sagen, Grenzen verschieben. Brutal ist er nicht. Aber er ist schon wirklich, wirklich, wirklich scheißhart. So. Das kann ich sagen. So. Aber eigentlich finde ich es viel wichtiger, dass The Sadness ein unglaublich ehrlicher und schonungs, also schonungslos wütender Film ist. Ähm, der dir im Grunde auch keine Pausen zum Durchatmen lässt. So. Und jetzt muss ich irgendwie erklären, wieso ich denke, also, wieso ich denke, was ich gerade geäußert habe. Also, vor dem Film gab es ein Grußwort des Regisseurs. Ähm, der gesagt hat, er will nichts vorwegnehmen, aber sein Ziel war auf jeden Fall einen ehrlichen Film zu machen, so. Also, was Ehrliches abzubilden. Sowohl von sich als auch eben von Gesellschaft und sowieso. Und genau das ist ihm meiner Ansicht nach ziemlich gut gelungen. Und darum ist The Sadness für mich auch tatsächlich viel mehr als nur der brutalste Zombie-Film aller Zeiten. Zumal es hier halt keine Zombies sind, woran sich die FSK mit Sicherheit stört, sondern weil es halt Menschen sind. Also, es sind eben nicht Untote, die jetzt alles Menschliche verloren haben, sondern du siehst halt Menschen, die aufgrund einer gerade herrschenden Pandemie sich, naja, halt so benehmen, ja, wie soll ich das sagen, also, wie es schlimmer eigentlich nicht geht. Also, stellt euch halt mal vor, er zeichnet hier ein Menschenbild, dass er vielleicht so aus YouTube-Kommentardiskussionen entnommen hat, so, ne? Also, und dadurch ist er für mich halt auch ein ziemlich spannender Kommentar eigentlich so auf diese ganze Corona-Pandemie, so, weil all das, was du irgendwann mal in irgendwelchen Internet-Kommentaren in den letzten paar Jahren gelesen hast, passiert hier. Also, denkt an Menschen, die Frauen im Internet als Hure, Fotzen oder sonst was betiteln und mit sexuellen Übergriffen drohen. Denkt an Menschen, die drohen, dich und deine Familie irgendwie zu foltern oder umzubringen, nur weil du gerade nicht in deren Weltbild passt. Denkt an Menschen, die solchen Kommentaren uneingeschränkt zustimmen und solchen Leuten irgendwie gewissermaßen Heldenstatus verleihen. Denkt halt einfach an all das Abartige, was ihr irgendwann mal im Internet gesehen oder gelesen habt, ja und all das passiert in diesem Film. So, also wirklich alles und vor allen Dingen passiert es auch genauso widerlich, wie solche Kommentare geschrieben werden. Dabei muss man jetzt sagen, dass er dir die wirklich, wirklich, wirklich schlimmen Dinge nicht explizit zeigt, sondern die nur angedeutet werden. Jetzt ist halt aber das Problem, dass bei der Härte, die hier gezeigt wird, das wirklich, wirklich, wirklich Schlimme extrem relativ ist, weil wenn ich den Film so, wie er jetzt ist, meiner Mutter zeige, die kommt darauf gar nicht mehr klar. einfach, weil die keine Berührungspunkte mit solchen Internet-Diskussionen hat. die benutzt das Internet nicht außer für ihre WhatsApp-Gruppen mit ihren Freundinnen oder so. Wenn die das hier sieht und das nicht einzuordnen, weiß, da keine Hintergründe zu hat und so weiter und so fort. Und da keine Leute, keine Personen sind, die irgendwelche komischen Spruchbilder schicken, in denen steht, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Montag. Genau sowas, ja. Weißt du, die würde darauf nicht zurechtkommen. Das ist, also es geht einfach nicht. Und selbst wenn sie das wüsste, selbst wenn sie diese Hintergründe hat, die würde wirklich, die würde ohnmächtig werden. Nur mal zum Vergleich, ich habe einer gemeinsamen Freundin von uns nur den Trailer gezeigt, nämlich Melly. Entschuldigung, den Namen piep ich raus. Nämlich Melly. Und die ist Bestatterin. Und die hat mir danach gesagt, sie hätte nach dem Trailer schon fast gekotzt. Also, so viel dazu. So, und, naja, weiß ich nicht, jetzt habt ihr ja den Trailer auch gesehen, da gibt es ja zum Beispiel Szenen, wo irgendwem mit Absicht der Arm gebrochen wird oder so. Ja. Wie gesagt, das würden manche Leute schon als wirklich, wirklich hart betiteln. Wie gesagt, bräuchte ich Leuten, die meiner Mutter nicht zeigen, die würde da ohnmächtig werden. Ja. So. Meine auch. Jetzt ist es halt aber so, dass ich, eben weil ich da irgendwie gefühlt irgendwie mehr drin gesehen habe, total verstehe, warum dieser Film halt auch The Sadness und nicht The Rage oder so heißt, weil auf der oberflächlichen Ebene würde dieser Titel viel, viel besser passen. Aber ich denke mir so, ja okay, aber was ist halt auch als Regisseur irgendwie trauriger, wenn du dir selbst eingestehen musst, dass du den Glauben an die Menschheit komplett verloren hast oder dass du dich zumindest von der Menschheit inspiriert fühlst, so einen wirklich abartigen Film zu machen und das werden hier halt die wenigsten sehen und darum verstehe ich halt, dass die FSK dem Film im Moment immer und immer wieder eine Absage erteilt, weil vieles, was du hier siehst, sowohl auf psychischer als auch auf physischer Ebene als menschenverachtende Gewalt betrachtet werden kann. So, ob ich den jetzt schlussendlich gut finde oder nicht, sage ich jetzt mal nicht, aber ich will ihn zumindest unter gar keinen Umständen empfehlen. Das ist für mich gleiche Liga wie Cannibal Holocaust. Das müsst ihr einfach mit euch selber ausmachen, ob ihr das sehen wollt. Ihr wisst jetzt, was es ist, aber ob ihr das gucken wollt oder nicht, ey, dafür spreche ich keine Empfehlung aus, auf gar keinen Fall, weil das kann wirklich, wirklich verstörend sein. Weißt du denn um die Entstehungsgeschichte? Also ist es quasi eine Antwort auf den Umgang mit Corona oder ist es sozusagen jetzt ein bisschen darauf gemünzt? Also weißt du das? Ja, also das habe ich versucht rauszufinden. Das Problem ist, ich konnte leider nicht herausfinden, wann die Dreharbeiten stattgefunden haben. So, es kann sein, dass sie schon vor der Pandemie angefangen haben zu drehen, aber so oder so haben die auf jeden Fall Sachen aus den letzten anderthalb Jahren damit einfließen lassen. So, und haben das nochmal überarbeitet oder so, weil es geht halt wirklich zum Beispiel um Politiker, die nicht handeln, weil eine Wahl ansteht. So, und die halt Schiss davor haben, jetzt die falsche Entscheidung zu treffen. Also treffen sie halt gar keine. Es geht um irgendwelche Podcaster, Blogger, was auch immer, die Ärzte zu sich einladen und denen dann überhaupt nicht zuhören und ohne Fakten widersprechen und so. Also es ist wirklich ein scheiß spannender Kommentar da drauf, so viel kann ich sagen. Aber es ist, ich glaube halt einfach nicht, dass das von den meisten Leuten gesehen wird. Weil oberflächlich ist es halt wirklich abartigste Gewalt, ohne Pause so. Das lässt sich auch keine Ruhe. Das geht nach fünf Minuten los und hört dann halt nach 99 Minuten auf. Und ich kann auch so viel sagen, im Kino sind, also ist mindestens mal die Hälfte aller ZuschauerInnen direkt nach dem letzten Bild, sobald der Abspann lief, aufgesprungen und haben rennend das Kino verlassen. So viel dazu. Und viel mehr Infos kann ich euch, glaube ich, leider nicht geben, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber, ja, Leute, die mir bei Letterboxd folgen, wissen mehr. Ja. Durch dein Rating zu lehnen, oder was? Ja, klar, gebe ich dafür ein Rating ab. Auf jeden Fall. Okay. Ja, gut, hätte auch sagen können, dass du jetzt sagst, ich kann es für mich nicht wirklich irgendwie festmachen. Doch, ich weiß ja, wie ich den fand, aber ich kann das unter gar keinen Umständen empfehlen. Also ganz egal, wie gut oder schlecht ich den bewerte, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Das geht nicht anders. Ich kann nicht sagen, guckt euch das bitte an, weil das ach so ein spannender Kommentar da drauf ist. Jeder oder jede, die sagt so, ey, das will ich einfach nicht sehen. Ja. Das kann ich total verstehen, weil es ist wirklich, wirklich hart. Ja. Und das ist, ich habe schon viel Shit gesehen. Also, aber es war jetzt halt auch nicht dieses Grenzenverschiebende, was überall erzählt wurde, weil eben, wenn du sowas wie Cannibal Holocaust gesehen hast oder, weiß ich nicht, so vereinzelnde Szenen vielleicht auch aus, sowas wie am Ende von Oldboy oder so, ja, das ist ja auch super hart. Ja. Aber halt ganz anders. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube auch, dass sowas wie ein Cannibal Holocaust ja wirklich in gewisser Art und Weise grenzenverschiebend brutal war, schon alleine dadurch, dass es ja als so eine Mockumentary dann halt war, wo dann auch Leute wirklich gedacht haben, okay, das ist real passiert, was da gerade zu sehen ist. Und das ist eine Verschiebung von Grenzen, die auf jeden Fall stattfinden. Bei Filmen, wo du von Anfang an weißt, das ist ein Spielfilm und hier ist, das ist alles Trick und nicht echt, ist das natürlich halt was anderes. Also. Ja, ja, das stimmt schon, aber es ist sehr intensiv, das muss ich wirklich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Also es ist wirklich intensiv, aber es war jetzt halt auch nie so, dass ich da gesessen habe und mir die Augen zugehalten habe oder so. Aber wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Maßstab für sowas. Ich wollte gerade sagen, aber wir sind ja auch, das wissen wir ja auch, wir sind ja auch die Letzten, die jetzt sagen, Gewalt im Film finden wir nicht ansprechend. Nee, das stimmt. Und ich glaube auch eigentlich, dass alle HörerInnen, die regelmäßig sich ja hier Filme reinballern, mit menschenverachtender Gewalt durchaus was anfangen können. Aber nein, keine Ahnung. Ansonsten würden sie sich uns gar nicht andauernd regelmäßig anhören, weil das ist ja auch menschenverachtende Gewalt, was wir eigentlich hier tun. Ja, das ist menschenverachtende Gewalt an meiner Person, weil ich mir so einen scheiß den Curse of King Wallflower angucken muss. Ja, genau. Vor allem untereinander. So nämlich. Menschenverachtend. Und selbst Geißelung, wenn man sich für anderthalb Stunden unsere Stimmen reinfährt. So was. Das ist eigentlich falsch mit euch Leuten. Ja, ja, wie gesagt, also es ist, ja, wie gesagt, ich möchte mich nicht weiter aus dem Fenster lehnen, so dass es das, was ich dazu zu sagen habe, wie gesagt, wie ich den finde, könnt ihr dann auf Letterboxd sehen und ob ihr das nun sehen wollt oder nicht, müsst ihr selber wissen. Okay. Ja. Unabhängig von deiner Besprechung werde ich den definitiv sehen wollen. Ich auch. Mhm. Auf jeden Fall. Also sobald ich. das ist halt die Frage, ob ihr die Gelegenheit dazu kriegt, ne, weil, also ich weiß, dass der Verleih gerade versucht, den ins Kino zu bringen nächstes Jahr und halt auch auf Blu-ray rauszubringen und so. Die haben angekündigt, sie bringen ihn auf jeden Fall ungeschnitten, in welcher Form auch immer. Und das müssen die auch machen, weil wenn du anfängst, hier zu schneiden, so dann geht der Film am Ende siebeneinhalb Minuten. Ja. Mehr ist es dann halt nicht. Mhm. Ja. Punkt. Interessant. Ja. Also, ne, ich werde, sobald sich die Möglichkeit dafür bietet, werde ich mir den auch auf jeden Fall mal angucken. Sei es dann, also, Kino, offizieller Release in Deutschland wäre natürlich cool. wäre irgendwie auch natürlich gut für den Film, sag ich mal. Ansonsten wird das Ganze sich natürlich halt so wie bei so vielen Filmen auf den ausländischen Importmarkt dann verbreiten. Mhm. Exakt. Dazu kann ich kurz sagen, sollte der hier in der umgeschnittenen Version ins Kino gehen, gucke ich mir den auch auf jeden Fall noch mal im Kino an. Aber nicht um den Film noch mal zu sehen, sondern um die Reaktionen von Leuten zu sehen, die nicht wissen, worauf sie sich da einlassen. Ja. Weil, also, das war auf dem Fantasy-Filmfest, ist irgendwie klar. Du hast vorher ein Programmheft, du kannst irgendwie im Internet, du kannst die ganze Zeit, wenn du dich dafür interessierst, du kriegst ja Infos vorher. Du hast den Trailer gesehen und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt Leute da reingehen, die nur hören, das ist der brutalste Zombie-Film aller Zeiten, dann würde mich wirklich interessieren, wie viele Leute davon schlussendlich bis zum Ende sitzen bleiben. Ob da auch das Kino kontrolliert, ob diese Leute volljährig sind. Das sind alles so Sachen, also das wäre wirklich ein krasses Sozialexperiment. Das will ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Ja. Aber damit würde ich dann jetzt auch abgeben, bevor ich mich hier kaputt labere. Okay. Dann springen wir von dem Fantasy-Filmfest dieses Jahr, diesen Jahres, zwei Jahre zurück in das Jahr 2019. Da war ich zwar auch nicht anwesend, weil ich war bisher noch auf keinem Fantasy-Filmfest, also vor Ort leider. Aber wir haben ja gesagt, oder es gibt ja so eine Hülle und Fülle an Filmen von dort und es gibt ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren das Fantasy-Filmfest, da finden wir ja was. Und deswegen habe ich mir mal ein bisschen angeschaut, was wir so in den vergangenen Jahren dort noch irgendwie zu finden hatten und bin dabei auf einen Film gestoßen, von dem ich vorher noch gar nicht wirklich was mitbekommen habe, dann aber dachte, als ich den Regisseur gelesen habe, ja, das kann man sich ja wohl mal anschauen. Und zwar von 2019 First Love von Takashi Mika. Den haben wir hier mit Audition ja auch schon mal besprochen. Ist ein japanischer Regisseur, der auf jeden Fall schon seit den 90ern, frühen 2000ern sehr umstrittene Filme auch schon am Machen ist. Also ein bekannter Regisseur auf jeden Fall. Und wie gesagt, Audition haben wir schon mal besprochen hier. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Das war auch ein Film, wo wir auf jeden Fall alle gesagt haben danach, ja, okay, wow. Ich war auf jeden Fall aber sehr angefixt irgendwie und wollte noch ein paar Sachen von Mieke mal gucken. Einige von seinen frühen Werken kriegst du in Deutschland aber wieder nicht so richtig. Also sei es Index, sei es Import, ist irgendwie nicht so richtig einfach. Und dann ist mir, wie gesagt, First Love aufgefallen von 2019. Geschrieben ist der von Masa Nakamura und in den Hauptrollen haben wir Masataka Kubota und Sakurako Konishi. In dem Film geht es um den jungen Boxer Lio, der nach einer überraschenden Niederlage im Ring ein verhängnisvolles Urteil bekommt. Und zwar wird bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert, der wohl also sowohl seine Boxerkarriere als auch seine weiteren Lebenschancen wohl ziemlich einschränken soll. Jetzt zieht er kurz darauf gefrustet durch die Straßen, als ihm plötzlich eine um Hilfe schreiende Frau entgegenkommt, die von einem Mann verfolgt wird. Lio boxt diesen dann halt kurzerhand um, um der Frau namens Yuri zu helfen, stellt dann allerdings fest, dass es sich bei diesem Mann, der sie verfolgt hat, um einen Polizeibeamten handelte. Er beschließt jetzt Yuri so ein bisschen bei der Flucht zu helfen, da diese unter dem Pseudonym Monika als Prostituierte arbeitet oder arbeiten muss, um die Schulden ihres Vaters abzubezahlen und scheinbar in einen Drogenkonflikt geraten ist, der sich gerade zwischen der Yakuza, der Polizei und chinesischen Gangstern entfacht. Ja. Okay, ich habe direkt eine Frage. Ist es eher Drama oder eher Action-Thriller-Shit? Es ist eher Action-Thriller. Es hat eine Dramakomponente aber. Ja klar, mit Hirntumor und Zwangskonstitution klingt stark danach. Die Dramakomponente ist im Hintergrund. Also stark im Hintergrund auf jeden Fall. Der Action-Aspekt und der ganze ja schon der Action-Aspekt steht auf jeden Fall im Vordergrund. Allerdings muss man sagen, dass der Drama-Anteil trotzdem auch nicht schlecht ist. Also man hat, wie der Titel schon vermuten lässt, natürlich eine gewisse Love-Story halt mit dabei, die sehr, sehr, sehr weit im Hintergrund ist, aber trotzdem irgendwo funktioniert und vor allem baut, also der Film braucht auch erstmal ein bisschen Zeit, um wirklich loszulegen. Also das, was ich jetzt gerade so abgehandelt habe, ist tatsächlich so knapp die erste halbe Stunde des Films. Also der lässt sich sehr viel Zeit erstmal für die Einführung von Leo, zeigt uns so ein bisschen seinen Alltag beim Boxen und sowas, dann halt mit der Diagnose. Dann sehen wir auch noch ein bisschen mehr vorher schon von dem Alltag von Monika beziehungsweise Juri, die halt, wie gesagt, bei so einem, also die lebt bei so einem Pärchen, die halt als Drogendealer arbeiten für die Yakuza und da ist sie halt von dem quasi angestellt und wir sehen ihren Alltag so ein bisschen, sehen, dass sie auch Dämonen hat, die sie verfolgen oder die sie verfolgt und dann halt irgendwann ab dem Moment, wo die beiden aufeinandertreffen, geht es dann eigentlich erst so richtig los und ich war sehr überrascht tatsächlich von dem Film, denn der hat von Anfang an eine gewisse Komik mit dabei. Der hat immer mal wieder Momente, die urst witzig sind und da habe ich erst noch nicht mit gerechnet. Der hat einen trotzdem recht guten naja, Action-Gehalt, also das auf jeden Fall, aber man muss jetzt halt dazu sagen, nicht auf einem Level, dass er halt irgendwie indiziert worden wäre oder ansatzweise geschnitten hätte werden müssen, sondern schon, man hat ein paar Enthauptungen hier und da oder sonst abgetrennte Gliedmaßen, aber ansonsten nichts will es. Aber nichts will es. Aber nein, es ist jetzt halt hier nicht so, dass es... Du hast noch so eine IS-Terror-Videoreihe geschnitten, aber ansonsten... Nein, das Ding ist halt hier, das sind so Enthauptungen-mäßig wie, ich sage jetzt mal, in einem... Das sind so locker-leichte Enthauptungen, wie in so einem Horror-Komödie, wie in so einem Attack of Devil vs. Evil, sage ich jetzt mal, sowas. Weißt du, das passiert halt und da spritzt ein bisschen Blut, aber dann denkst du dir so, ja gut. Aber dann ist halt auch direkt wieder was lustig so ein bisschen mit dabei. Und da sind wirklich sehr, sehr ulkige Szenen einfach mit drin, wo ich mir so dachte, ey, was zur Hölle? Und das Geile ist aber, das funktioniert, fand ich persönlich, richtig gut zusammen. Also das hat mir richtig Spaß gemacht beim Gucken. Das ist jetzt halt auch kein super langer Film, der geht, glaube ich, ich muss jetzt gerade nochmal nachgucken, irgendwas um die 90 Minuten oder so auch nur. Der ist sehr kurzweilig trotzdem halt dadurch, aber dieses ganze Centerpiece, sage ich mal so ein bisschen, ab dem Moment, wo die beiden dann halt aufeinandertreffen, dieser zweite Akt auf jeden Fall, da geht es halt richtig los und am Ende kommt ein so geiles Finale dann halt auch einfach noch, wo du dir so denkst, Alter, was passiert hier einfach gerade? Also das, ich weiß nicht, was die an Drogen teilweise auch genommen haben, während sie dieses Drehbuch geschrieben haben, aber es ist nur ulkig, es ist nur übertrieben und es macht wirklich sehr viel Spaß, fand ich. Also es ist ein wirklich, wirklich lustiger Film und spätestens in dem Moment, wo halbnackte alte Männer oder ein halbnackter alter Mann in einem, in einer Zug, in einer U-Bahn anfängt zu tanzen, war für mich wirklich, dass ich mir dachte, was bekomme ich hier gerade zu sehen und hinterlegt mit der Situation, in der man sich da gerade befindet, macht das das alles nur noch, man weiß nicht, soll ich gerade lachen oder soll ich mich gerade eigentlich eher irgendwie Angst haben und sagen, ich gehe jetzt lieber. Okay, aber würdest du denn sagen, der ist, also ist der bewusst lustig oder ist das so eine ungewollte Komme? Der ist vollkommen bewusst lustig. Also gerade diese Szene, die ich gerade angesprochen habe. Die habe ich gar nicht gerechnet, nachdem ich das Cover gesehen habe. Ja, also das Cover sieht schon sehr nach, ja, so. Ja, so farblich eher düster, oder? Ja. Das sind doch viele Blautöne, so ein bisschen gelb dann mit bei. Ja, ist so ein Colorblocking so ein bisschen schon fast. Das sieht aber auch nach Spaß aus. Ja. Aber wie das Ganze dann halt hier gemacht wird, auf jeden Fall, ist schon sehr lustig. Also ich hatte das in dem Trailer dann schon irgendwie so gesehen. Da gibt es halt eine Szene, wo jemand halt irgendwie angeschossen wird, ins Bein, dann so ein bisschen zurückstolpert und dann halt einfach so durch Zufall von ihm im Auto überfahren wird. Und da dachte ich mir schon so, ach so, ja, okay. Und du denkst dir noch so, okay, die Figur hat jetzt niemanden erschossen, so ungefähr. Und dann, ja, der Typ kommt mit dem Leben nach, oh nee, doch nicht. Und also der Film ist sehr offensichtlich auf jeden Fall auf lustig gemacht. Hat aber trotzdem auch diese düsteren und ernsten Momente. Und was hier aber wirklich gut funktioniert, hatte ich halt das Gefühl. Also im Vergleich zu sowas wie einem Revenous, was wir jetzt letzte Woche nochmal besprochen hatten, der das auch versucht, wo ich aber die ganze Zeit das Gefühl hatte so, ja, das fügt sich nicht zusammen. Also die lustigen Momente kommen nicht richtig durch, sondern machen eher die, ja, die Thriller-Momente da jetzt in dem Fall halt einfach ein bisschen schlechter und schwächen die ab. Hier ist es so, dass beides für sich trotzdem ganz gut funktioniert. und dass du auch teilweise wirklich mal so ein bisschen Suspense-Momente halt eben hast mit so leichten Horror-Anteilen sogar schon fast. Du hast wirklich klassische Shootouts, du hast komplett übertriebene Action-Sequenzen, du hast eben diese Komik und irgendwie fügt sich das alles gut zusammen, was am Ende ein bisschen zu viel vielleicht schon fast ist und dadurch so all over the place wieder, aber irgendwo noch in einem guten Rahmen. Also man merkt schon, da hätte mehr drinnen stecken können, also man hätte da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr daraus machen können, aber diese, diese, ja, also irgendwie 100 Minuten, die der Film halt ist, die gehen super gut vorbei und machen einfach nur sehr viel Spaß. Habe ich das richtig verstanden, dass die Comedy-Anteile dann mehr so über die makabere Schiene kommen, also ein bisschen auch über Gewalt und das ein bisschen überspitzt ist oder wirklich klassisch, Comedy mit Slapstick? Beides so ein bisschen. Also du hast zu einem die überspitzten Momente wirklich, also du hast sehr viele, sehr überspitzte Momente. Also, ja, weil das was ist, was auch Itchy, The Killer, ausgezeichnet hat. Der war halt auch hart, heftigst brutal, aber teilweise hat er dann auch so eine, ja, tatsächlich, jetzt wenn ich drüber nachdenke, auch so ein bisschen Slapstick und auch so ein bisschen durchs Übertriebene, also ich kann mir vorstellen, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Ja. Und das ist ja, ja, interessant. Gut, Itchy, das habe ich nicht geguckt, deswegen kann ich das leider nicht vergleichen, aber ja, du hast hier auf jeden Fall schon, also ein Großteil der Komik, würde ich hier schon sagen, geht auf jeden Fall auf diese übertrieben, übertriebene, übertriebenen Aspekte dann halt. Wie gesagt, hier ist es nicht die Gewalt, die übertrieben ist, das halt tatsächlich gar nicht, also der ist jetzt nicht super, super gewalttätig, dieser Film. Das ist, das passiert hier und da, wie gesagt, natürlich halt mal so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht, dass du dir so denkst, wow, okay, du hast da Blutfontänen, sonst wie, und literweise Blut auf dem Boden rumliegen oder abgetrennte Gliedmaßen, das nicht. Es wird akzentuiert eingesetzt, aber die Charaktere selbst sind teilweise so drüber, dass du dir einfach echt nur noch denkst, wieso steht diese Person noch? Das darf nicht mehr sein und es ist einfach zu viel, aber es macht einfach Spaß. Mhm. Mhm. Ja, das klingt gut. Ja. Also ich muss sagen, ich habe Bock, den zu sehen. Ich hätte es auch gerne noch bis zur Aufnahme gemacht, so, hat leider nicht mehr sollen sein, aber den werde ich nachholen, zumal ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass in den letzten paar Jahren irgendwie ein Mieke-Film gezeigt wurde auf dem Fantasy-Filmfest. In einem Jahr davor wurde sogar noch, ähm, Blade of the Immortal? Genau. Den hatte ich nämlich auch. Ach, der ist auch von ihm. Der ist auch von ihm. Den hatte ich auch noch überlegt, den zu gucken erst. Hab dann so ein bisschen, also ich hatte drei Filme zur Auswahl, die ich gucken wollte. Mhm. Ähm, halt, wie gesagt, First Love dann jetzt halt natürlich, ähm, Blade of the Immortal hatte ich überlegt und ich hatte noch einen Film, den ich mir auf jeden Fall nochmal aufsparen werde, vielleicht für eine irgendwann anders mal. Ähm, American Animals. Ähm, sag mir nichts. Auch von Mieke? Nee, der ist, nein, 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 das ist ein amerikanischer Film, da geht es um, äh, einen wirklichen, also einen Überfall, auf jeden Fall, Ja, genau, ich wollte gerade sagen. ...ding oder sowas, äh, von so ein paar, paar jungen Studenten. Äh, mit diesen Masken, mit diesen Tiermasken, ne? Ich glaube, ja. Ähm, hatte ich halt gesehen mit, äh, Brandon, Brandon Keegan oder wie der heißt, von, ähm, Killing of a Sacred Deer? Mhm. Barry Keegan, nicht Brandon Keegan. Kann sein, ja. Ähm, den hatte ich auch noch, den werde ich mir auf jeden Fall mal aufbewahren, weil der Trailer und was ich dazu gesehen habe, sah schon sehr gut aus. Ich hab mich dann aber irgendwie für den bisschen actionnachigen und kurzweiligeren Film entschieden, weil ich mir dachte, ja, doch, ich hab, ich hab einfach ein bisschen mehr Bock auf jetzt einen Film von Mieke. Mhm. Mhm. Ja. Das ist, glaub ich, so ne, so ne, so ne, äh, Finanz-Satire, so ne, so ne Kommerz-Satire, glaub ich, American Animals, also, glaub ich, noch mal ein bisschen anders. Ist auf jeden Fall nach einer warmen Begebenheit. Das hab ich nur gelesen und, mhm. Werde ich mir noch reinziehen. Ja. Ja, was so vergangene Filme vom Fantasy-Filmfest angeht, so, da musst du jetzt endlich mal auf mich hören, du musst unbedingt Why Don't You Just Die, äh, ja. Ich weiß. Du wirst den lieben, glaub es. Du wirst den wirklich lieben. Enttäuscht einfach. Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du den nicht magst. Ja. Ich denke auch, dass, äh, also, wo wir jetzt bei dem Film hier noch sind, ich denke auch, dass ihr beiden den mögen werdet. Da geh ich von aus, das klang alles sehr gut. Ja, also, das ist jetzt kein Film, der im oberen Punktebereich landen wird, so trotzdem, ne, also, es ist jetzt, weil er, wie gesagt, sich so ein bisschen verliert zwischendurch, dadurch, dass er irgendwie zu viel will, du hast so viele Charaktere, es wird alles zu viel so miteinander verwirbelt, und, aber es macht einfach Spaß. Also, es ist für diese 100 Minuten einfach trotzdem ein cooler Ritt irgendwie so, und, äh, dafür lohnt es sich. Aber dieses ein bisschen zu viel und so, das ist doch so nach allem, was ich über Juhike gehört habe, auch eigentlich typisch für ihn, oder? Also, ich meine, ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen, ich glaube, tatsächlich sogar nur einen Film. Ich glaube, ich habe auch bisher nur Audition gesehen, aber ich, naja, weiß nicht, über mehrere Artikel und Podcasts und so, irgendwie mal mitgekriegt, dass das auch immer, dass er so sehr, sehr ausufernd ist und immer sehr viel in seine Filme klatscht und so. Ja. Und kurz dazu, als du gesagt hast hier, von wegen, du weißt nicht, welche Drogen die da genommen haben, wenn Mieike am Drehbuch beteiligt war, dürfte es wahrscheinlich Pepp gewesen sein, oder? Hat er nicht mal irgendwann erzählt, er zieht Speed wie so ein Wahnsinniger? Ehrlich? Deswegen halt auch so viele Filme zu produzieren. Er hat mittlerweile irgendwie in den letzten zehn Jahren über 100 Filme gemacht. Er hat arschviele Filme gemacht, das ist so krass. Er hat vor allem gesagt, dass er diese Filme macht, um Geld zu verdienen, um sich das Pepp wieder kaufen. Ja, ja, irgendwie sowas, ja. Das hat er irgendwie auch mitgekriegt. Er arbeitet halt einfach durch, hat er einfach seit Mitte der 90er nicht mehr geschlafen. Aber das ist leider auch so eine Sache. Ich glaube tatsächlich, wenn er sich mehr auf einzelne Projekte konzentrieren würde, würden die auch nochmal noch ein bisschen besser werden. Die haben diesen Charme und die sind irgendwo schon cool. Aber da geht noch ein bisschen was. Und ich habe eben so das Gefühl, wenn du nicht halt irgendwie noch ein Jahr vorher noch sowas wie ein Blade of the Immortal rausgebracht hättest, oder, also ich glaube, 2018 hat er einen, 2019 hat er einen Feature-Film, 2017, also irgendwie fast in jedem Jahr einmal mindestens einen Feature-Film so. Ja, da bleibt halt wenig Zeit, sich da, glaube ich, mal so richtig in ein Projekt reinzufinden. Aber gut, wenn er die ganze Zeit natürlich auch wach ist, dann geht es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, zumal das ja auch, glaube ich, gar nicht so seine Hochzeit ist. Er hat auch irgendwie Mitte der 90er bis Mitte der 2000er hat er doch unglaublich viel gemacht. War das nicht so? Ja, hier, oh, ich sehe gerade bei IMDb einfach da so mindestens sechs Einträge für 2002 oder so. Ja, ja, eben, so was. 2001. Er hat halt einfach mal sechs, sieben Filme in einem Jahr gemacht und so. Ja, also es ist schon krass auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der macht Spaß, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man Bock auf einen kurzweiligen, lustigen und sehr übertriebenen Action da steht und da mal kurz Bock drauf hat. Ja, cool. Klingt gut. Jan, was hast du uns denn damit gebracht? Ja, wir gehen zeitlich noch ein Jahr zurück, nämlich ins Jahr 2018, zu den Fantasy-Filmfest White Nights. Und da lief ein Film, der heißt Leichen unter brennender Sonne oder Let the Corps is Tan mit einem französischen Titel, den ich jetzt nicht ausspreche. und das ist ein Film, der schließt im Prinzip an zwei andere Filme an. Zum einen The Strange Color of Your Body's Tears, den habe ich in Folge 10 unter geile Filmtitel schon mal vorgestellt. Stimmt. Der heißt im Deutschen Der Tod weint rote Tränen. Der ist nämlich auch von Elen Katté und Bruno Forzani und die haben auch Amea gemacht und das ist jetzt sozusagen der dritte Eintrag in dieser Neo-Jalo-Trilogie, wenn du so möchtest. Wahrscheinlich wird es auch weitergehen, aber das sind so, diese beiden sind bekannt dafür geworden, dass sie Kino noch mal neu denken und Kino noch mal neu zeigen. Und den Film, den ich vorstelle, Leichen unter brennender Sonne, der wurde auch von Gäspen, von den Bewegtbild-Banausen in Folge 115 gebracht und ist, ja, wie gesagt von 2018. Es ist, wie die beiden sagen, ein Jalo, ich würde aber fast eher sagen, dass es ein Western beziehungsweise ein Neo-Western ist. Er ist wieder einmal sehr gewöhnungsbedürftig und mit Abstand aber der geradlinigste unter den drei Filmen. Es geht um eine Künstlerin, die lebt mit einem Autoren in einem einsamen Haus und ein Trio von Räubern stiehlt 250 Kilogramm Gold. Möchte dann in dem Haus untertauchen, in dem die da hausen. Auf dem Weg stolpern sie aber über die Frau des Autoren und ihr, und sein und ihr Kind und die dazugehörige Nanny. Und, ja, notgedrungen, weil sie ja jetzt die gesehen haben, nehmen wir sie, sehen die sie dann mit, weil sie eben dasselbe Ziel haben und beim Eintreffen in das Haus entsteht schon eine Spannung. Wer darf was wissen, wer darf mit einbezogen werden. Hinzu kommen dann noch ein Polizist und eine Polizistin und natürlich eskaliert diese Situation völlig. So, ich habe es eben schon gesagt, das ist einer der, oder das ist der gradlinigste Film dieser drei, dieser drei. Trotzdem ist er extrem stilisiert. Wir haben, giallo-typisch, viele Close-Ups, auch extreme Close-Ups auf die kleinsten Details. Wir haben viele Italian-Shots, wir haben viele Zoom-Ins, wir haben viel, was dich einfach irritiert und was dich ein bisschen, also was natürlich sehr künstlich wirkt und dich dann auch aus dem Filmflow rausziehen kann, wenn du jetzt normale Sehgewohnheiten gewohnt bist. Wir haben Montagen, zum Beispiel gibt es dieselbe Szene aus verschiedenen Perspektiven, wobei dann jedes Mal wieder die Uhrzeit eingeblendet wird und dann dieselbe Szene aus anderen verschiedenen Blickwinkeln gezeigt wird. Wir haben, giallo-typisch, einen extremen Fokus auf Sinnlichkeit, auf Materialien, insbesondere natürlich wieder Leder. Wir haben Geräusche, die sehr präsent sind. Das Knatschen von Leder ist zum Beispiel absurd, laut. Generell ist es eine sehr artifizielle Soundkulisse teilweise. Es ist alles sehr heiß und sehr schwitzig, das erinnert da an Amea. Und am Ende ist es aber dann doch ein rein rassiger, ein Kammerspiel-Neo-Western, einfach mit einem hohen künstlerischen Anspruch, der Spaß macht, wenn der Stil denn zusagt. Und Hoffi hat ihn ja auch gesehen und bevor ich euch erzähle, was ich von dem Film halte, Hoffi, hat der dir gefallen? Darf ich einmal ganz kurz... Als bekennender Western-Fan, ja, Dietz, keine Frage. Nee, einmal nur kurz für mich, so ein bisschen für die Einordnung, jetzt für die weitere Besprechung. Neo-Western, ja, aber in welcher Zeit spielt er so ungefähr? Also ist egal, aber jetzt. Okay, gut. Nee, deswegen nur so ein bisschen, weil das klingt ja schon erst mal so nach diesem 250 Kilogramm Gold-Clauen und sowas klingt ja schon... Ja, es sind keine Münzen, sondern Barren. Okay. Also es ist schon heute. Okay, okay. Also es gibt auch moderne Technik quasi. Ja, Autos, Motorräder. Okay, gut. Spielt aber keine Rolle. Also es ist im Prinzip, obwohl ich glaube, ich glaube Telefon, also Handys kommen auch vor, aber es könnte auch in den 90ern spielen, aber... Und hast ja auch Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? Eine Luger, MP40, solche Sachen. Okay, nee, nur, dass ich so, weil, also sowas wie jetzt Autos und Motorräder war jetzt für mich sowas halt zum Beispiel, ob ich das halt jetzt da drinnen erwarten kann und um mir so ein bisschen ein Bild von diesem Film zu machen gerade, ob das dann halt auch sowas dann halt schon, also ob wir in der Neuzeit sind oder ob es wirklich dann halt ein Western quasi ist, der jetzt halt nur moderne, deswegen Neo-Moderne Inhalte auch ein bisschen mit vertritt. Genau. Okay. Also wir sehen auch, vielleicht zu Beginn noch zur Einordnung am Anfang, ist sie dann da auf ihrem Haus und dann schießen die auf eine Leinwand und in den Gewehren sind dann Kugeln mit Farbe und dann schießen die halt sozusagen neue Kunst. Da merkst du schon, dass wir jetzt bei moderner Kunst sind und da merkst du schon, dass es jetzt in der Jetztzeit spielt, sodass die Einordnung macht der Film direkt am Anfang. Aber jetzt hoffe ich, wie hat er dir gefallen? Ja. Ja, hast einiges wieder gut gemacht nach The Perks of Being a Wallflower, war das ein richtig, richtig geiler Film, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. So, der hat mir richtig gut gefallen. Also er ist natürlich sehr, sehr speziell, aber also ich bin da so ganz ohne Erwartungen irgendwie rangegangen und wurde so überrascht auf so vielen Ebenen, wie geil dieser Film aussieht, was das für eine, für ein brutales Kammerspiel ist. Also das hat ja wirklich was von eben so was wie Why Don't You Just Die oder irgendeinem Tarantino oder so, das wird auch richtig blutig, aber dann halt auch immer so sehr kunstvoll verpackt. Du hast da Bilder drin, wo ich, also wo mir das What The Fuck in die Fresse geschlagen wurde einfach so, wo ich echt gedacht habe, so Alter, was passiert denn hier richtig geil? Was du gesagt hast, Sound und so, super cool. Du hast eine Szene, wo jemand, also du siehst im Hintergrund ein Haus und im Vordergrund macht sich jemand ein Feuerzeug an und als Sound da drunter ist jetzt aber unterlegt, also hört es sich an, als würde gerade dieses Haus brennen und nicht, als würde er sich ein Feuerzeug anmachen. Also es ist sehr, sehr künstlich, es ist sehr, sehr artifiziell, aber ich habe das von der ersten bis zur letzten Minute gefeiert. Das stimmt vielleicht nicht ganz, ich habe ungefähr zehn Minuten gebraucht, um reinzukommen, aber ab da fand ich es nur noch geil. Also ich bin so ein bisschen unentschlossen, ich habe natürlich ein zusammenhangsloses Hirngulasch erwartet nach Amir und der Tod war in rote Tränen und habe jetzt natürlich einen sehr geradlinigen Film bekommen. Es ist natürlich gewöhnungsbedürftig und also böse Zungen, ich habe so ein bisschen durch die Kritik dann auch mal gelesen, nachdem ich mich vorbereitet habe, die dann auch sagen, natürlich Style over Substance, der galt sich an seiner Stilistik auf und dann ist nicht viel dahinter. Ein Stück weit kannst du dem Recht geben, so wenn du sagst, am Ende ist es eine sehr simple Geschichte, die aber für mich dann zwischenzeitlich doch so komplex war, dass ich ein bisschen hinterher war, also ich musste, weil dann zwischendurch doch irgendwie Figuren erstens relativ gleich aussehen und zweitens dann irgendwie durcheinander geworfen werden und ich wirklich extrem Arbeit hatte, Stritt halten zu können mit diesem Film, also inhaltlich, eben weil es ja auch so entfremdet ist, aber allein der Stil entlohnt, du hast es gesagt, es gibt so wunderschöne Aufnahmen, es gibt eine Einstellung bei Nacht, also kann man dazu sagen, die Konfrontation dauert den ganzen Tag lang und da gibt es eine Einstellung aus dem Haus heraus und hinter dem Torbogen oder hinter dem Türbogen sozusagen fliegen oder fallen so ganz langsam glimmende Fetzen vom Himmel und das vor so einer pechschwarzen Nacht, das ist einfach wahnsinnige Einstellung. Es ist bis, ich würde schon sagen, ich habe ein bisschen denken müssen an Malick letzte Folge, sodass du musst schon diesen Stil mögen, um den Film wirklich genießen zu können. Ich glaube, dass es da viele geben wird, die schwer genervt sind von der Art, wie der Film gemacht ist. Da musst du schon Bock drauf haben. Ich glaube, dass der Film aber bester Einstieg ist für dieses Jalo-Trio, wenn du so möchtest, von diesen beiden Filmschaffenden. Ich finde, dass es ein erfrischendes Setting ist, so wer die anderen beiden Filme kennt oder wer auch Jali generell kennt, weiß, dass sie immer inhaltlich sehr ähnlich sind und das ist einfach ein cooler Kniff von denen, mal zu sagen, wir nehmen jetzt mal ein reinrassiges Western-Szenario und ballern da jetzt mal das Jalo drüber. Für mich ist es, kann ich schon sagen, so der Schwächste der Trilogie, nicht weil er irgendwie schwach ist, aber weil mich die anderen, vielleicht weil ich sie zuerst gesehen habe, so begeistert haben durch ihre Andersartigkeit, dass der ein bisschen abfällt. Dadurch, das mag für dich irritierend sein, hoffe ich, aber dafür, dass er so in Anführungszeichen generisch ist, in dem, was er erzählt, dass er halt ein bisschen abfällt. Das ist ultrasubjektiv. Ich glaube auch, dass die Kritik dem am besten bewertet von den dreien, weil die anderen beiden halt irgendwie so arzi-fazi und künstlerischer Schwanz sind, das kann dann nur gefallen, wer da richtig Bock drauf hat. Und ich mag dann am Ende doch irgendwie so die Emotionen in Amir lieber und diese kranke Verwirrung in der blutweinrote Tränen, aber auch Leichen unterbrennender Sonne ist ein Film, den kann ich allen empfehlen. Also vielleicht schaut euch erstmal den Trailer an, wenn das schon nicht euer Stil ist, dann lasst es, aber für alle, die ein bisschen Bock haben auf einen anders gemachten, knallharten FSK-18 und barmherzlosen, ne, einen herzlosen, unbarmherzigen Western dann Leichen unterbrennender Sonne. Ist das was für dich, Dietz, oder Hoffi, widersprichst du mir? Ne, also ich würde noch hinzufügen, also ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst mit deinem Malek-Vergleich, es ist halt aber nicht ansatzweise so wie Malek. Prätentiös. Also prätentiös ist es halt absolut gar nicht, finde ich. Es ist halt sehr kunstvoll und so, auch, also meine persönliche Lieblingseinstellung war ja, wie eine Frau mit Hilfe eines Gewehrs ausgezogen wird. Fand ich extrem cool, muss ich sagen. Ja, Sinnlichkeit, das ist ein großes Thema. Ich habe es mit Absicht nicht ausformuliert, was da genau passiert, aber das war ein Bild, das werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen. So, oder, also gibt es ganz viele Einstellungen. Ich fand halt hier aber noch geil, was da für eine Hektik durch den Schnitt entsteht. Also teilweise, du hast es gesagt, mit diesen Minuteneinblendungen und dann siehst du nur kurz, was die, was die Leute in dem Moment machen. Manche Leute drehen sich halt auch nur gerade einmal kurz um und das wird dann halt gezeigt. So, und dann hast du Uhrzeit, jemand dreht sich um, Uhrzeit so, und du hast einen super, super hektischen Schnitt da drin teilweise. Und, ja klar, es ist Style over Substance, weil Substance ist da nicht viel. da sind halt Leute, die verbarrikadieren sich mit dem Gold in diesem, in diesem Haus und dann kommen halt Polizisten an und Polizistinnen, die finden das nicht so gut, was sie da machen. Und dann eskaliert das halt so, aber ich hab das noch nie so, so kunstvoll gesehen und so, so geil. Also diese Bildsprache, Alter, das ist, das ist der Wahnsinn. Ich fand das, also gerade als Fan des Genres fand ich das so erfrischend, das hat mir so viel gegeben. Ich hab das wirklich krass gefeiert einfach. Und, ja, da sind Jalo-Anleihen drin, aber wie du richtig gesagt hast, so es ist, im Grunde ist es halt ein Western, der, der, also bis in die Unendlichkeit kunstvoll aufgepimpt wurde. Und ich find's geil. Also, muss ich echt sagen. Aber ja, Dietz, was sagst du? Ja, naja, also ich bin tatsächlich auch interessiert, weil, ähm, so wie ich das jetzt aufgefasst habe, ähm, passt für mich dieser Malek-Vergleich auch nicht so ganz, weil ich halt irgendwie so Ich meine ja nur, warte kurz, ich meine ja nur, dass es so ein Love-It-Or-Hate-It-Ding ist. okay. Klar, inhaltlich und stilistisch ist das ein ganz anderes Schema. Ich meinte nur, du musst mit der Stilistik klarkommen, sonst kannst du den schwer mögen. Ja, okay. Genau, weil ich hatte da halt so, also Malek ist halt so dieses, ne, auch Style-Lover-Substance irgendwie so ein bisschen, beziehungsweise da ist, aber, nee, das eigentlich nicht, da ist die Substance halt so da und er macht den Style dann halt mit da rein, um seine Möchte-Gern-Substance dann halt noch irgendwie zu verdichten. Hier ist es wahrscheinlich wirklich Style-Lover-Substance, aber da ist halt Style dann auch vorhanden und wichtig und einfach nur für das, fürs schöne Aussehen dann halt auch wieder. Ja, aber nicht nur das, also in sämtlichen kunstvollen Bildern, die du da hast, steckt immer was Wahres drin, was auch dieser Handlung jetzt vorantreibt. jawohl. Das ist nicht einfach nur so. Ja, da würde ich nicht ausschließlich zustimmen, aber anteilig schon, ja. Ich, ja gut, aber das beschränkt sich ja aber wirklich auf ein Minimum. Es suhlt sich schon ein bisschen an seinen Bildern und dann glaube ich nicht, dass es immer, ja klar, aber trotzdem, auch in diesen kunstvollen Bildern wird halt die Handlung, die sehr minimal ist, gar keine Frage, aber die wird vorangetrieben. So, da ist jetzt nicht irgendwas einfach nur so aus Jux drin. Gut, da sind wir bei der, bei der klassischen Frage, ob Kunstschaffende, Kunst deswegen schaffen, damit sie was aussagt oder teilweise auch einfach keine Message drin haben und Leute etwas rein interpretieren. Ja, eine Message hast du dann nicht, die brauchst du halt aber auch nicht. Weil du gerade meintest, dass ja irgendwie in den Bildern trotzdem was transportiert wird. Ja, ich sag, er treibt die Handlung voran. Okay, wie wir gehört haben, ist die Handlung halt dünn. Okay, ja gut. Naja, wie auch immer. Ich habe eben gerade mir das, alleine nur das, das Cover angeguckt einmal bei IMDb und dachte mir schon so, ja, sieht mega geil aus. Habe ich irgendwie Bock drauf. Also, das war bei den anderen halt auch schon, also das war auch schon bei der, der Tod, weint rote Tränen, was wahrscheinlich wirklich eines der besten Filmplakate ist, die ich je gesehen habe. Ja, absolut. Und das hier sieht auch schon ziemlich geil aus und ich bin doch auf jeden Fall interessiert. Also jetzt, wo ihr beide auch irgendwie sagt, so gut, Jan, bei dir sagst du ja so ein bisschen nicht ganz abgeholt, aber Hoffi ist da ja schon so ein bisschen mehr jetzt halt irgendwie dabei und ich glaube, also ich weiß, dass du jetzt halt nicht sagst, dass der Film schlecht ist. Ja, man auf hohem Niveau, ich finde den immer noch richtig gut, aber der hat halt einen anderen Anspruch als ein Armeer und ein guter Rote Tränen. Da ich die anderen beiden aber auch noch nicht geguckt habe, glaube ich, wäre ich da auf jeden Fall erstmal mit dem vielleicht schon ganz gut aufgehoben. Aber du sagtest ja jetzt, weil die, also so eine Art Jallo-Trilogie von diesen beiden Filmschaffenden, die bauen aber nicht irgendwo aufeinander auf. Also es gibt keine Motive oder Symboliken, die in den Filmen dann halt immer wieder auftauchen oder sowas auch. Okay. Nein, nein, gar nicht. Wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach nur deren Stil ist und dass sie jetzt einfach bis an ihr Lebensende Filme in diesem Stil machen und dass das auch gar nicht zusammenhängt. Aber es fühlt sich schon ein bisschen an, wie gehört zusammen. Eben weil es, weil sie versuchen, Jallo in die Neuzeit zu bringen. Okay. Das finde ich interessant. Ich will eine Rom-Com in dem Stil sehen mit Hugh Grant in der Hauptrolle. Von Nick Cassavetes oder von den beiden? Nee, von den beiden. Nick Cassavetes kriegt doch so einen Stil nicht hin. Willst du mich verarschen? Aber das wäre doch mal interessant zu sehen, wer das versucht. Ja gut, das kann ja nur scheitern. Also das ist so unik, Digga. Das kannst du nicht kopieren. Das geht nicht. Ich behaupte, das geht nicht. Wahrscheinlich. Schon gar nicht Nick Cassavetes. Also nur ein bisschen. Dem spielst du ja aber auch alles ab. Das Schuhe zu binden. Ja, nix. Für alle, die sagen, das klingt interessant, der ist zu sehen bei Amazon Prime. Wenn ihr das aushaltet, ihn auf Deutsch zu gucken, könnt ihr den auf Amazon Prime sehen. Wenn nicht, könnt ihr auch für 4 Euro Geld ausgeben, dann könnt ihr ihn auch auf Französisch sehen. Okay. Ja, cool. Aber die deutsche Vertonung ist okay. Ich wollte gerade sagen, würdest du denn sagen, das macht für dich einen wesentlichen Unterschied, weil ich habe den jetzt auf Deutsch geguckt und fand das nicht schlimm. Also gar nicht. Wir haben zusammengeschmissen und 4 Euro ausgegeben, weil wir keinen Bock auf Synchro hatten. Deswegen kann ich es nicht beurteilen. Okay. Hm. Die war gut. Die Vertonung. Im Original. Ja, gut, okay. Aber Hoffi sagt, die deutsche Synchro war okay. Ich behaupte ja. Na gut. Ja. Na klar, wenn es kostenlos ist. Sehr schön. Dann haben wir mit Leichen unterbrennender Sonne auch schon den letzten Film jetzt abgehandelt für die Kategorie. Dann sind wir schon wieder beinahe durch für heute. Bevor wir jetzt gleich noch in den Spoiler-Talk kommen, und wir jetzt gleich auch noch besprechen, natürlich was in der nächsten Folge dann so Schönes drankommt, gebe ich dann noch einmal ganz kurz euch den Hinweis oder die, naja, Aufforderung, eine höfliche Aufforderung eher, uns doch jetzt einmal verdammte Scheiße bei Instagram zu folgen und bei YouTube und bei Letterboxd. Das kann doch nicht sein. Den unmissverständlichen Befehl hättest du sagen müssen. Ja. Und vielleicht auch mal bei iTunes zu bewerten. Ja. Maximal gut mit fünf Sternen. Das wäre vielleicht auch mal ganz geil, weil ich schon gesehen habe, dass viele dazugekommen sind, die uns jetzt neu hören, bei iTunes. Fünf Sterne. Ja. Auch wenn ihr uns da nicht hört. Däumchen werden Däumchen. Sorry, das habe ich übrigens von Tino Hahn geklaut. Der hat das irgendwann mal bei Genre geschehen in den letzten paar Wochen gesagt, aber ich fand den Spruch so gut. Uiuiui. Ja. Eieiei. Okay. Aber ja, was Hoffi und Tino Hahn sagen. Nein, aber genau, was Jan auch gerade gesagt hat, also gerne auch eine Bewertung da lassen, sowohl bei iTunes als auch. Lasst uns ein Like oder so bei bei YouTube halt irgendwie dann auch da, falls ihr uns da hört. Abonniert uns bei Spotify, abonniert uns bei euren anderen Podcast-Plattformen, wo ihr uns so hört. Ja, einfach überall. Genau. Einfach überall abonnieren. Und natürlich auch bei Instagram. Und auch überall nochmal hören. Genau. Aktiviert sieben Glocken. Was weiß ich nicht. Bimmel, Bimmel. Gesamtstag 0 Uhr. Gong, 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 gong. Da hängt der Zombie da voll am Glockenseil. Ey, Bimmel, Bammel, Baume. Ja. Ja. Gut, das war der Social-Media-Part. Richtig. Letterboxd ist auch noch ganz wichtig, da könnt ihr uns auch befreuen. Ja, dann nächste Woche geht es natürlich wie ganz normal klassisch weiter. Wir haben uns überlegt uns wir haben überlegt uns falls es noch niemand erkannt hat. festgehen zu lassen. Was? Was hast du gesagt, Jan? Gar nicht. Achso, okay. Da da. Was passiert? Egal. Wir haben uns überlegt Ich dachte, Jan will die ganze Zeit noch was sagen. Es war doch einfach scheiß Spaß ihm permanent ins Wort zu fallen und irgendeinen Blödsinn zu machen während er da versucht einfach zu moderieren. Das ist ja saunlussig dass er sich viel früher und öfter machen soll. Ich höre euch teilweise nicht wirklich wenn ich rede. Was? Dann seid ihr immer leise. So. Was? Ich ignoriere jetzt einfach alles was ihr sagt. Für den Rest hiervon. Ich mache jetzt einfach alleine weiter. So. Für nächste Folge haben wir uns überlegt dass wir nochmal ein paar Filme nachholen möchten die wir sehr gerne besprechen wollen. Allerdings um den zweiten Teil davon besprechen zu wollen den wir auf jeden Fall besprechen müssen langsam mal fangen wir nächste Woche mit dem ersten Teil an und zwar mit Terminator. Und wie ihr wahrscheinlich jetzt schon erfahren habt dadurch geht es dann bald mit Terminator 2 weiter. Also das wird geil. Und als Kategorie darf sich Jan für nächste Woche etwas aussuchen. Jan was möchtest du denn? Achtung Boomerwort Powerfrauen Ja okay. Okay. Sehe ich. Wo ist das ein Boomerwort? Ich finde das hat irgendwie einen ganz merkwürdigen Geschmack dieses Wort. Finde ich auch. Also es gäbe es Frauen und Powerfrauen. Also die besonders. Powermänner gäbe es nicht. Powermänner wäre nicht so. Ja das ist so dieses typische so ja die hatten Powermänner fühle ich mich ein bisschen angesprochen direkt. Finde ich ganz gut. Könnt ihr mich so nennen demnächst bitte Powermann einfach? Nein. Powermann. Wie nein? Wo hast du denn Power? In meinem Bizeps. Und in seiner Wut. Ja das stimmt. Ja das stimmt. Da ist sehr viel Power drin. Also bei Hoffi bin ich immer noch zwischendurch ein bisschen verwundert darüber dass der nicht einfach jemand zum Hulk mutiert. Ich auch. Ja. Vielleicht müssen wir dich noch ein bisschen mehr triggern. Wir machen das deswegen. Wir machen das nur zu deinem Besten. Schon klar. Gern geschehen. Genau. Danke. Richtig. Okay dann Powerfrauen für nächste Folge. Und dann würde ich sagen kommen wir jetzt noch zum kleinen aber feinen Spoiler Talk zu Beyond the Infinite Two Minutes. An alle die den Film jetzt noch nicht geguckt haben wie Hoffi schon vorhin auch erwähnt hat. Ihr könnt den aktuell noch bis zum 30.11.2021 bei der Nippon beim Nippon Connection Festival auf der Website nachholen für einen Fünfer. Macht das gerne. Kommt dann wenn ihr den gesehen habt nochmal zurück. Hört euch den Spoiler Talk noch mit an. Wir können es auf jeden Fall nur empfehlen sich den Spoiler Talk anzuhören weil alles was ihr an zusätzlichen Minuten ja hier Filme bekommt ist das Beste was euch geschehen kann diese Woche. aber wir können auch sehr empfehlen diesen Film zu gucken und von daher und ihr müsst das auch so sehen wenn ihr 499 Leute zu euch einladet und euch das teilt zahlt ihr nur einen Cent jeder. Ja das ist richtig abzüglich der Kosten für Location oder ihr ladet euch 500 Leute ein alle müssen einen Cent zahlen und dann könnt ihr den Film kostenlos gucken. Wow hier kostenlos aber nicht umsonst Jan ist hier Hashtag Entrepreneur Lifestyle in seiner Instagram Bio genau was ich Gott ist ein Name na gut Entrepreneur Lifestyle Scheiß Alter wir kommen dann jetzt zum Spoiler Talk an alle anderen verabschieden wir uns bis in die nächste Woche viel Spaß bis dahin ciao und dann geht es los mit dem Spoiler Talk zu Beyond The Infinite Two Minutes vielleicht erstmal Hoppy du hast es ja vorhin angesprochen du meintest dass du nicht also dass es nicht irgendwie oder was ich glaube ziemlich so ganz klar war wie es denn gemacht ist und ich finde dass eine Einstellung in den Minimaking also in den Credits schon das im Prinzip verrät weil du siehst ja wie unser Hauptdarsteller vor dem Fernseher sitzt und seine eigene Aufnahme sieht und versucht das zu timen mit seinen Mimiken und Gesten und ich glaube also ich bin mir ziemlich sicher dass sie das halt irgendwie dass sie ihre Snippets hatten vermutlich nicht getimt vermutlich wurde das dann auf Abruf abgespielt und dass es dann sozusagen quasi zweimal gespielt wurde einmal für aufs Band und einmal für dann einmal für dann ja dass da dann sozusagen wir das in Echtzeit wahrnehmen wenn du so möchtest ja also das vermute ich auch aber wie gesagt ich habe es halt nicht mehr nicht mehr recherchiert tatsächlich und ich wusste bis vorhin nicht ob die Schnitte gesetzt haben oder nicht so und dann dachte ich haben sie wenn das halt immer mit diesen zwei Minuten passt dann kannst du halt auch einfach eine Live-Schaltung machen und einen Delay reinhauen so ne ja aber dann also dann ist ja mit dem Schauspiel da kann ja so viel schief gehen also dass du dann wenn du dann irgendwie zwei Sekunden zu viel Schauspielst und dann nicht genau in der Sekunde bei 70 Minuten an der Stelle bist das wäre also das wäre utopisch ja ja klar wäre auf jeden Fall ein krasses Unterfangen gar keine Frage aber wie gesagt ich war mir dann nicht so sicher wie sie es schlussendlich gelöst hatten aber ja natürlich also klar kriegst du halt später irgendwie Hinweise darauf wie sie es eventuell gemacht haben ja ja dich hat das gestört mit dem Geld und dem Videorekorder und dann dementsprechend diesen beiden Gangstern na also ich würde jetzt nicht sagen dass es mich gestört hat ich hatte halt nur wie gesagt so ein bisschen das Gefühl dass diese dass diese Story mit diesen beiden Gangstern da halt so ein bisschen nochmal reingebracht wurde für eine Dramaturgie na also weil sie sich sonst irgendwie gedacht haben gut wir erzählen sonst keine dramatische Geschichte halt irgendwie gerade wo man nochmal so ein so eine Art Climax halt erlebt und das hätte ich eventuell gar nicht so auch gebraucht also ich fand jetzt nicht dass es das dass das notwendig gewesen wäre für die Geschichte äh sondern ähm das was sie da jetzt halt gemacht haben also sie haben das ja benutzt um uns dann halt so dieses er läuft dann halt da hoch sieht aber dann halt durch die durch den Fernseher den er mit sich schleppt dann halt dass die anderen unten dann ja alles schon sehen äh was passiert ist und ihm dann sagen können ah ok hier warte nimm halt den den Ketchup mit und nimm halt hier das Becken auf den Rücken dass das alles dann dafür ja notwendig ist und das diese Sequenz hat war eigentlich nur dafür da um das so ein bisschen zu zeigen irgendwie hatte ich das Gefühl das hätten sie aber auch anders machen können also das hätten sie auch in einem anderen Kontext machen können der vielleicht nicht ganz so ja dramatisch überspitzt war weil dass das jetzt irgendwie dass sie da Geld von irgendwelchen Drogenbaronen oder sowas finden ja gut das ist ja auch ne wird Hoffi wahrscheinlich jetzt gerne nochmal ein bisschen was zu sagen was so den emotionalen Umbau des Films angeht aber es ist ja auch ist ja auch Vehikel um uns ein bisschen zu erklären oder um uns einzubetten eben wie er lernt zu sich zu finden oder auch zu zu dem wie er das Leben vielleicht jetzt neu angeht dann wenn er wenn er aus dem Ganzen hier raus geht ja okay ist natürlich wie gesagt eben glaube ich dann irgendwie Mittel zum Zweck Hoffi oder würdest du mir zustimmen wie ich gerade ja also das sind das sind zwei verschiedene Punkte finde ich also das eine ist eben dieses was ich angedeutet hatte im spoilerfreien Part eben mit dieser Determination ne also weil oberflächlich würde ich sagen macht der Film ja eigentlich den Punkt ähm dass nicht alles vorherbestimmt ist ne weil die sich ja später dieser Time-Police-Dings da wieder setzen auf der anderen Seite wäre dieser ganze Krams nicht passiert hätte er natürlich diese Frau nicht kennengelernt und jetzt ist halt die Frage ob der Filmschluss endlich den Punkt machen will okay es ist halt nichts vorbestimmt oder aber diese Zusammenkunft der beiden war auf einer gewissen Ebene vorbestimmt ich denke das kann man sehen wie man möchte ähm hier finde ich dann aber noch spannend eben diese Wendung die dann am Ende nochmal kommt nämlich ähm dass Zukunftsängste thematisiert werden ne also du hast ja die ganze Zeit dieses okay wie bedingen sich Zukunft und Vergangenheit irgendwie gegenseitig ne eben halt dieses Determinismus Ding so und was ich jetzt aber spannend finde ist dass er am Ende sagt so ja okay also ich hasse die Zukunft weil jedes Mal wenn ich gedacht habe ich weiß wie es ausgeht ist das immer in so einem Nicht-Handeln resultiert und das finde ich ist ein spannender Kommentar weil das ist im Grunde genau das was du gerade also sowohl in der Gesellschaft durch weiß ich nicht Anstieg von von Depressionsrate und sowas erkennen kannst eben halt in Bezug auf Themen wie Klimawandel die allgemeine weltpolitische Lage oder jetzt halt auch die Corona-Pandemie so und da natürlich dröselt er das nicht auf so aber das war am Ende so ein spannendes Ding wo ich so gedacht habe so ja okay da ist irgendwie was dran so ne weil also weiß ich nicht das geht mir in gewissen Zügen schon hart so dass du denkst so ja Alter warum überhaupt noch morgens aufstehen so wenn in 10 Jahren eh alles im Arsch ist so und ich will halt nicht wissen wie das ist wenn du jetzt gerade irgendwie 12, 13, 14 bist so also da wäre ich wahrscheinlich hart depressiv also und dementsprechend kann ich das total verstehen so und Zukunftsängste war sowieso also jetzt gerade für mich immer ein Thema was mich irgendwie immer begleitet hat in der einen oder anderen Form und das fand ich dann halt auch irgendwie ganz spannenden Ansatz dann zum Schluss noch so dass er da jetzt keine philosophische Abhandlung draus macht ist natürlich klar so weil es halt schlussendlich ein spaßiger Film sein soll aber genau also ich fand es zumindest ganz cool dass er das nicht so nicht so komplett außen vor lässt und dann halt wenigstens nochmal so gesellschaftliche oder halt auch irgendwie philosophische Themen wenigstens ein bisschen Raum gibt so ja das stimmt ja absolut und das fand ich auf jeden Fall auch dass das als das dann nochmal angesprochen wurde so dieses Thema dachte ich mir auch so ja finde ich irgendwie ganz interessant dass sie das jetzt halt noch mit machen ohne da jetzt halt irgendwie zu viel darauf einzugehen ohne da jetzt irgendwie zu viel von der eigentlichen Prämisse des Films dann halt auch abzuweichen sondern dass man so nochmal einen Einblick in die Figuren halt irgendwie bekommt warum sie dann halt auch jetzt halt so gehandelt haben und das Ganze aber halt trotzdem dass die Prämisse des Films also diese diese Zeitschleife halt im Vordergrund bleibt einfach und das haben sie halt super gelöst fand ich also mit allem halt und auch ohne dass der Film dir abnimmt wie du das jetzt zu interpretieren hast der Hoffi hat es ja gesagt so das ist bleibt halt offen so du hast einmal die möglich also du hast einmal die Szenerie in der eben die Zukunft sich selbst bestätigt und einmal die wo dann die Zukunft ausgehebelt wird und du kannst dann sozusagen für dich entscheiden zu überlegen was möchte der Film mir jetzt sagen und das fand ich sehr sehr clever gelöst und dann ja natürlich auch dass er dann noch ein bisschen in die Metaebene geht dass die beiden dann am Ende des Films noch ein bisschen darüber reden was es noch so gibt und wo auch zwischendurch referiert der Film ja auch immer referenziert der Film ja auch immer theoretische Konstrukte was eben Zeit Kontinuum und dann eben Wurmlöcher und so anbelangt also das finde ich macht der Film schon sehr sehr clever ja wobei ich halt finde dass der Film eigentlich schon irgendwie eine gewisse Aussage halt trifft mit dem also zu dem Thema ob es jetzt halt irgendwie Schicksal oder Selbstbestimmung halt irgendwo ist und zwar weil ich ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass der also zumindest Kato also der der Kaffeebesitzer ja am Anfang immer wieder von seinem Zukunft sich geleitet wird also das ist halt die ganze Zeit so dass er immer wieder gesagt bekommt nein du musst das machen weil wir wissen ja dass du das halt irgendwie gemacht hast und er sich selber dann halt auch verpflichtet dazu fühlt und ja auch seine eigene Zukunft dementsprechend manipuliert weil er dann ja auch zum Beispiel nachdem er sie das erste Mal gefragt hat ob sie mit also zu diesem Konzert kommen möchte dann er zurückkommt und sagt ja ey sie hat ja gesagt weil er es ja so erfahren hat aus der Zukunft und es natürlich seinem Ich in der Vergangenheit genauso weitergeben muss damit es halt nicht zu einem ja Paradigma nee Dingens halt irgendwie kommt Paradox Paradox genau danke ja und dann ist es halt am Ende dass die beiden sich ja auf jeden Fall dagegen entscheiden auf das zu hören was ihr Zukunfts-Ich ihnen gesagt hat sondern selbstbestimmt ihre Zukunft zu definieren und das hat für mich dann halt auf jeden Fall schon so dieses okay lass dir nicht von deinem von deinen Erwartungen oder von deinem eigenen Ich quasi vorschreiben wie du deine Zukunft zu leben hast sondern gestalte sie für dich selbst ja ja gut aber das ist natürlich auch das ist natürlich auch sehr spekulativ zu sagen dass also es passiert ja nicht dass wir wissen was auf uns kommen könnte und wir können es ja nicht dementsprechend ändern also was ich meine ja klar natürlich also ich finde auch dass er zumindest mal die Frage in den Raum wirft so ey freier Wille ist das überhaupt also ist das ein Ding so gesagt oder halt nicht also weil wie gesagt auch ohne also nur mal angenommen die stellen jetzt diese Fernseher nicht gegenüber so dann weißt du ja auch nicht ob es diese Time Police überhaupt gegeben hätte so weißt du also das kannst ja unendlich bis ins Bekloppte halt weiterdenken so ja von daher wie gesagt ich mochte das dass er das zumindest mal in Nebensätzen anreißt und so wie gesagt dass das jetzt schlussendlich nicht ausformuliert ist würde ich sogar sagen eher ein Pluspunkt weil ich glaube wenn du das versuchst kannst du daran eigentlich nahezu immer nur scheitern also gerade wenn du so ein gutes Budget hast ja auf jeden Fall und weißt du das habe ich übrigens im spoilerfreien Part vergessen weißt du woran ich öfter mal denken musste so also in also ganz anders aber schon so von der von der Idee her und so an Primer klar natürlich ja Primer Coherence Predestination die ganzen Dinger es gibt eine Folge von willkommen in Gravity Falls die auch mit auch mit so einer Time Police und sowas dann halt irgendwie spielt da musste ich auch zwischendurch dran denken weil das dann halt auch so ist mit ne ihr dürft das jetzt nicht machen weil das muss alles genau so passieren und dann löst er sich halt auch auf weil irgendwas anders passiert dann ja eben bei Rick and Morty ist das ja genau das gleiche mit diesem Gehirn wenn Rick da die Zeit immer wieder teilt und teilt und teilt und jedes Mal passiert irgendein anderer Shit das glaube ich irgendwie erste oder zweite Folge von der zweiten Staffel das kann man sagen ja stimmt immer wieder cool immer wieder cooles Thema auch wenn es am Ende natürlich darfst du nicht zu Ende denken weil es keinen Sinn ergibt aber einfach alleine die Gedankenkonstruktionen machen immer Spaß ja finde ich auch jo aber sonst habe ich tatsächlich gar nicht so viel weil das ist halt wirklich auch ein Film ich meine klar wir könnten ihn jetzt eins zu eins nacherzählen aber ich glaube man muss halt eigentlich erleben also denke ich tatsächlich auch also weil das ist halt so das Ding was ich halt auch schon meinte es ist ja es geht ja viel in dem Film eigentlich um die Prämisse des Films es ist ja gar nicht jetzt so dass man irgendwie viel von der Handlung da halt abreißen könnte und klar du kannst jetzt halt irgendwie versuchen den komplett auseinanderzunehmen und zu sagen hier und da die Zeitebene das Zeitebene deswegen funktioniert das halt alles so aber ich glaube das ist halt so eine Sache ich fand auch dass der Film das gar nicht so komplex gestaltet eigentlich eben durch das was ich vorhin schon meinte dass du so häppchenweise da rangefühlt wirst du weißt okay ich habe das eine Fenster das guckt in die Vergangenheit das habe ich jetzt verstanden in der Zeit wo ich es gesehen habe das wird ja auch immer wieder gezeigt und dann kommt okay pass auf wir haben jetzt das eine Fenster das guckt in die Zukunft wenn wir dem aber das Fenster zeigen was in die Vergangenheit zeigt dann kann es dann ja auch noch weiter und dann so wie es gemacht wird macht es halt alles Sinn und es funktioniert halt es ist wie wenn du halt ein Fenster oder wenn du zwei Spiegel gegenüber stellst natürlich halt einfach so und das fand ich sehr cool wie es wie gesagt da rangeführt wurde weil ich das war halt genau das Ding ich hatte nicht das Gefühl ich bin komplett lost ne ne komplett lost nicht aber ich habe zum Beispiel am Anfang die ganze Zeit gedacht okay jetzt geht er von oben nach unten und spricht mit sich in der Vergangenheit dann müsste er jetzt gleich halt nochmal eigentlich durch die Tür kommen genau das habe ich am Anfang auch noch gedacht also solche Sachen und dadurch weißt du weil du es halt selber komplexer gestaltest als der Film das halt vielleicht macht also rein gedanklich war ich nach nach 10 Minuten oder nach 15 Minuten habe ich da schon gesessen um Himmels Willen das geht jetzt noch 45 Minuten und so weiter wie soll ich da überhaupt mitkommen gedanklich und als die dann halt diese Fernseher gegenüber stellen da war ich für einen kurzen Moment dass ich so gedacht habe so okay jetzt jetzt kann ich gerade gar nicht mehr folgen aber ich ja genau aber so okay ich genieße es jetzt einfach so ich habe da jetzt gerade gerade einfach Spaß dran so und versuche gar nicht mehr das großartig zu verstehen so klar er macht dann zwischendurch immer diese Einschübe wo du wo du wieder so ein bisschen an das Thema rangeführt wirst und so aber so grundsätzlich ist halt erstmal dadurch dass du schon auch selber wahrscheinlich viele Zeitreisefilme gesehen hast und so und viele Theorien wie sowas funktionieren kann oder eben nicht kann und sonst was und dadurch dass das eh sowieso total theoretisch ist und so ein Scheiß ist es ja in deinem Kopf viel komplexer als es jetzt schlussendlich im Film dann zu sehen ist ja aber und was du gerade meintest das hat mich halt mega verwirrt also was du gerade meintest das hatte ich am Anfang auch dass ich so dachte okay wenn er jetzt gleich nicht wieder hochläuft oder läuft er sich dann auf der Treppe irgendwie sich selbst gegenüber er ist ja in so einer Zeitschleife jetzt aber nee er ist ja eigentlich in der aktuellen Zeit und hat halt nur dieses Fenster und wenn er jetzt halt einfach unten geblieben wäre ähm hätte er halt einfach die ganze Zeit nichts mehr auf dem Bildschirm gesehen von oben weil er ja dann halt einfach nicht da war so ja ja genau und das ist halt was ich meine es hat alles Sinn gemacht einfach es hat einfach Sinn gemacht und ich sehe wirklich dieses und dann als ich auch was du schon sagtest dieses dieser Screen äh dieses Bild von dem Typen der da halt eben diese diese ganzen Zeitlinien da halt aufgemalt hat ey ich dachte mir so ja geil ich ich sehe dass da irgendjemand gesessen und einen richtigen Plan davon hatte wie das gerade abläuft und das ist mega cool ja zumal es für uns als Westeuropäer dann wahrscheinlich noch mal weirder ist weil halt es steht halt alles auf Japanisch was für mich sowieso aussieht wie Alien-Sprache so weißt du wo ich dann halt denke so Mimmelsbild was haben die da für für eine Zettelwirtschaft wie komplex kann es eigentlich sein und ja klar wenn es jetzt halt dann irgendwie Revue passieren lässt und irgendwie runterbrichst und so dann ist es schlussendlich halt gar nicht so unendlich komplex aber es also wie gesagt ich kann nur von mir sprechen also mich hat zwischendurch echt krass verwirrt so aber halt auch einfach wie gesagt weil ich viel weiter gedacht habe als alles was da passiert ja habe ich am Anfang auch und dann irgendwann habe ich gemerkt okay so schwierig ist es eventuell nicht und dann kamen natürlich diese diese anderen Layer quasi mit dazu also was dann halt noch 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 alles dahinter gestellt wurde aber ich fand es irgendwie trotzdem es hat dann wirklich Spaß gemacht wenn man es dann so verstanden hat und ich glaube das ist ein Film den ich dann auch noch mal dementsprechend gucken würde um dann noch mal so ein bisschen zu gucken wie genau sind diese zwei Minuten teilweise eingehalten funktioniert das halt alles so und auch noch mal so ein bisschen mehr darauf zu achten okay ja jetzt ist er genau da dann passiert jetzt gleich das du weißt ja vielleicht schon so ein bisschen dadurch dass wir dann ja schon aus der Zukunft quasi für diese Figuren wissen was passiert kannst du es vielleicht sogar noch ein bisschen besser einschätzen oder besser uptimen was jetzt gleich alles passiert und wie kohärent das Ganze dann auch ist ja ich würde auch sagen für mich ergibt sich der Rewatch Value auch da raus dass ich Bock habe diesen Film tierisch vielen Leuten zu zeigen ja das auch weil das halt wirklich mal einfach was anderes ist also gerade wenn du jetzt so von Leuten sprichst oder mit Leuten sprichst die halt wirklich so so eher Standard Publikum sag ich mal sind die dann vielleicht so drei vier Mal im Jahr ins Kino gehen sich die großen Blockbuster angucken abends vielleicht halt eher dann irgendwie auf Netflix irgendwie was locker leichtes irgendwie serientechnisches irgendwie zum Weggucken haben und weiß ich nicht oder vielleicht auch immer noch komplett hängen geblieben sind und sich seit zwölf Jahren immer wieder die gleiche How I Met Your Mother Folge auf ProSieben reinballern dann würde ich einfach gerne mal wissen so ey was was sagen die zu so einem Film einfach so oder oder wissen die überhaupt dass es sowas gibt und wenn ja finden die das gut wenn sie es dann sehen und so weiter und so fort und würde mich einfach tierisch interessieren ob dieses Charmante jetzt nur funktioniert wenn du halt so krass nerdig unterwegs bist wie wir drei das jetzt halt sind oder ob das halt auch für Leute funktioniert die halt eben eben nicht so viele Filme gesehen haben finden wir es heraus ja eben daraus ergibt sich für mich schon ein krasser Rewatch Value also ich hab Bock den mit Leuten zu gucken ich glaube auch also wenn der irgendwo mal verfügbar ist dann in einem Stream oder sowas da werde ich auf jeden Fall auch ein paar Leuten sagen hier guckt euch den mal an um dann auch mal zu erfahren was da was andere Leute davon so halten weil ich glaube ich glaube für die meisten so normalen ZuschauerInnen ist der nicht unbedingt was weil da glaube ich so ein bisschen der Schauwert fehlt im Sinne von Story und Schauspiel sowas sehe ich nicht so ich kann mir nicht vorstellen dass der nicht unterhält ich ja ich glaube wenn du vielleicht so ein bisschen Bock auf also du musst glaube ich schon so einen gewissen Anteil Bock auf Science Fiction und dieses Gedankenkonstrukt Zeitschleife haben okay ja und dann ist da auch glaube ich noch viel von abhängig so wenn der jetzt hier rauskommt also der wird ja auf jeden Fall kommen denke ich ja ich glaube der ist auch schon angekündigt ich glaube Blu-Ray ist schon angekündigt das kann sein auf jeden Fall wird da stark abhängig von sein wie gut ist eigentlich die deutsche Synchro funktioniert das überhaupt so weil auch wie viele Leute die einfach keinen Bock haben Untertitel zu lesen die einfach sagen so nee ich habe keinen Bock dass mich da jemand auf japanisch voll sabbelt und ich lesen muss so und wenn dann halt die deutsche Synchro nicht gut ist dann kann ich mir vorstellen dass da viel von dem Charme verloren geht trotz der Tatsache dass das eine geile Idee ist so also ich würde dann schon versuchen glaube ich den irgendwo in O-Ton herzukriegen und dann halt den Leuten irgendwie zu zeigen und dann ist halt die Frage so ob dann halt solche Sachen dann halt naja das Seherlebnis für diese Art vom Publikum halt so krass abwertet oder halt eben nicht so also ja ich denke mir schon so ganz so simpel ist es dann wahrscheinlich doch nicht nee aber ja aber mal abwarten wir hoffen dass er einen Release bekommt und hoffentlich dann auch einigermaßen also Release wahrscheinlich eh hoffentlich eine einigermaßen gute Vertonung dann vielleicht auch einem breiten Publikum tatsächlich irgendwie naja zugänglich gemacht wird und auch vielleicht das dann überzeugen kann mhm so ist das sehr schön gut dann ähm würde ich sagen wir haben es für heute schon wieder hinter uns gebracht ähm hinter uns gebracht ja endlich ein Glück ja endlich endlich kann ich gleich zu meiner Wurzelbehandlung ich dachte kurz zu deiner Wutbehandlung oder sowas kommt jetzt irgendwie weil nee ich sehe nicht wo das irgendwie oder zu deiner Wut Therapie würdig wäre ist ja Teil des Charakters daran darf nicht geschraubt werden eben drum na gut wir verabschieden uns dann aus dem Spoiler Talk heraus und sagen ein herzliches Danke an alle die zugehört haben die uns sich auch mit uns jetzt hier Beyond the Infinite Two Minutes angeschaut haben und wünschen euch noch eine schöne Woche bis nächsten Samstag wieder auf Wiedersehen oder rein schön ciao 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 ciao